Oha, guck mal, auch ein Navi, perfekt, 420, 420. Ja, ja. Wir sind 420 Kilometer in 4 Stunden 20 gefahren. Boah, das sieht geil aus, Brems ab. Wieso ich nicht fahre? Wir haben so 50-50 gemacht. Ich bin etwas über 200 Kilometer gefahren, Sascha ist jetzt etwas über 200 Kilometer gefahren. Sascha, guter Fahrer, Sman, ja. Er ist mir an einigen Stellen ein bisschen zu lahmarschig gefahren. Ich bin nur nur 20, so soll ich es immer. Was soll ich machen? Ja, 140. Aber jeder so, wie er Lust hat, ne? Ja, aber Sascha fährt gut, ja? An Mama Hupa. Überleg mal, du wartest 2 Stunden auf Marcel, also auf dich. Nur, dass du dann sagst, ich habe keinen Bock auf Fotos, ich will Cabo nach. Oh, ich habe niemanden gezwungen, hier sich hinzustellen und zu warten. Verstehst du, wie ich meine? Stimmt. Ja, komm, stehe, aber beeil dich. So, der kleine Butchi, warte, warte, der kleine Butchi auch noch. Ich fand, die Fahrt gerade gegen Ende noch so war übel episch, ne? Mit der Sonne und ich glaube, da gab es echt schöne Bilder, auch zu zweit von hinten. Marcel hat auch extra die Kamera so aufgestellt, als ob das so ist, so mäßig die Perspektive, dass der Homie noch in der Mitte sitzt, ne? Moi, moi. Was für ein billig Equipment. Ja. Hast du eben auch schon eins mit mir gemacht, oder nicht, ne? Ja. Ja, genau. Okay, jetzt sind wir da bei der Vorlauf. Guck mal, wer da vorne schon ist. Sim, der ist, da haben wir bei dir. Jetzt bin ich bei dir. Ich laufe nicht immer mit dem Rucksack rum, ne? Weil, alles klar? Moi, moi. Mensch, vielen Dank für das Video. Ja, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß, meine. Jetzt muss ich zur Carbonara. Danke. Sehr gerne. Ja, dankeschön. Jetzt will ich was essen, Digga. Ich hab so unfassbaren Kula. Moi, moin, hallo. Jetzt laufe ich einfach durch, Digga. Jetzt laufe ich einfach durch. Moin, jetzt einfach straight Richtung Dings. Welches Video? Naja, hier von dem Laden, ne? Das war der Center Manager von dem Laden hier. Der hat sich dafür gerade bedankt. Ja, mach ein Bild. Jetzt kenne ich keine Freunde mehr, Digga. Jetzt bestelle ich einfach was zu essen, Digga. Jetzt will ich was mampfen, Mann. Jetzt hat kein Bob mehr. Ja, darf ich fragen, wenn du bei Getschen willst, weil ich hier die auch esse. Carbonara, Digga. Aber ohne Speck. Weil Speck ist meistens Schwein und Schwein ist nicht gut. Ja, das soll ich schnell ein Foto machen jetzt. Aber im Gehen am besten so ein bisschen. Gut, super. Vielen Dank, danke, ciao. So, jetzt will ich das Essen, Mann. Ich kann überhaupt mehr Zusatz haben, Mann. Moin, hallo. Moin, was ist denn? Hallo. Ja, mach schnell ein Foto. Gut, gerne. So, jetzt aber, jetzt hat kein Bob mehr. Wenn ich einmal sitze, dann will ich mal eine Ruhe haben. Nee, ich kann bei den kleinen Butchis nicht Nein sagen. Das habt ihr gut erkannt, ja. Oh, ja, so. Setz dich zu, mein kleiner Mann. Ja? Ja, setz dich hin, Digga. Setz dich da hin. Boah, danke, wie viel Spaß. Vielleicht lade ich auch die Carbonara ein. Ja? Ja, ja. Boah, danke. Dings, habe ich ja gesagt. Ohne Speck. Ja. Der Service braucht ganz schön lange, oder? Wir sitzen schon mindestens 10 Minuten. Ja. Oder? Man muss doch sofort bedient werden. Genau, gar nicht. So, so nämlich. Genau so ist es nämlich. Wo kommst du denn her, kleiner Mann? Hier aus Köln. Also direkt in der Nähe. Wie alt bist du? Leute, lass mich raten. Ich würde dich tippen auf... Ah, ich bin da echt schwer. L-S-C-H-W-A-E-Z-E-N-A-C-H-T-E spendet 6 Euro. Moin Monte, lass dir das Essen schmecken und viel Spaß beim Spiel nachher. Dankeschön. Äh, ich würde dich aufzählen. Ja, ich würde dich aufzählen. Ha? Geil, Digga. Ja. Und bist du alleine hier jetzt, oder was? Ja, eigentlich wollte mein Freund mitkommen, der letzte Mal auf mir war. Aber er meinte, ich habe eh schon Kuchen mit mir und dann meinte ich, ja, ich komme aber auch vorbei. Also, äh, ist ja schon krass mit 10 alleine hier. Wie lange bist du denn gefahren? Ach, bist du mit dem Fahrrad gefahren? Auf Oldschool, Oldschool. Okay, ja, easy. Julian spendet 6 Euro. Wäsch eigentlich die ganze Halle mit, der Doni? Ja, machst du. Ab und zu, Lex. Ja, wir haben, wie gesagt, Probleme mit den Internetanbietern heute. Montesign-Magen spendet 10 Euro. Wo bleibt die Bedienung? Was ist das hier für ein Laden? Ja, noch jetzt hier, sagt Papa. Das Trinkgeld spendet 6 Euro. Wied erschauen und reingehauen. Genau so nämlich, ja. Elias-Hanmer spendet 5 Euro. Gibt dem kleinen Batschi noch ein Getränk von mir aus. Gut. Hunger spendet 5 Euro. Ihr Bedienung, komm mal an den Laden rein. Das ist dein Rucksack von dem kleinen Jungen hier. Montes-Mund-Winkel spendet 6 Euro. Kannst du es kurz ausmachen, bitte? Junge, was ist das hier für ein Laden? Ich habe Hunger, sonst gibt es kein Trinkgeld. Ich hätte gerne zweimal Carbonara, ohne Speck. Eine Afri-Cola, normale Cola habt ihr ja nicht, ne? Nee. Okay, dann hätte ich gerne eine Afri-Cola mit Zitron und Eis. Irgendein kleiner Mann? Ich nehme eine Sprite. Eine Sprite? Irgendwas leckeres, veganes brauchen wir. Mit einer Zero-Fritz-Afri-Cola. Dann würde ich euch die Pizza-Jardine. Ohne Käse? Ja, klar. Okay, gut, dann nehmen wir die bitte einmal noch, ja? Und was guckst du noch so auf YouTube und Twitch? Dich, dann, ähm, boah, keine Ahnung, Google-TV. Kuchen-TV? Ja, die Show-Yoka-Videos. Was macht denn so ein 10-Jähriger, wenn er nach Hause kommt? Zockst du selber auch ein bisschen? Ja. Was zockst du? Minecraft, ich bin gerade mein Vater über Reden für Fortnite. Hast du ein bisschen Minecraft geguckt bei mir und den Jungs, als wir deine Fitna-Kraft gemacht haben? Ja. Oh, warum bleibt denn das Fressen, Mann? Das ist ja wohl unbillig, ey. Braucht ganz schön lange, oder, Carbonara? Ja. Bei Mama wäre schon fertig auf dem Tisch, eigentlich, ehrlich. Das ist echt von der Zeit. Würdest du Trinkgeld geben jetzt? Ja. Ja, doch? Wie lange, glaubst du, dauert das Essen? Zehn Minuten noch, wollen wir eine kleine Wette machen? Ja. Ich sag, es ist jetzt 17.38 Uhr. Ich sag eine Zeit, wann das Essen da ist, und du sagst eine Zeit. Und der, der am dichtesten dran ist, gewinnt. Die Ehre. Ich sag 17. 17.47 Uhr sagst du? Ich sag, 17.48 Uhr. Okay? Wette? Wen das Essen nicht schnell kommt, werden Arschruhe statt Trinkgeld verteilt. Das stimmt, ja. Und was macht man so in der Schule? In der Schule, in was sagst du? Ich bin Lehrer als Fans. Macht Schule Spaß. Ja, die Pausen. Pausen, sagst du? Ja. Der Westen nicht. Es sei denn, wir haben iPad-Stunde dann, ja. iPad-Stunde? Was ist iPad-Stunde? Ja, wir haben immer mal ein bis zwei Mal in der Woche, suchen sich die Lehrer-Stunde aus und dann müssen wir im iPad-Stunde das machen. Ihr könnt am iPad dann machen, was ihr wollt, so mäßig. Auch YouTube schauen? Na gut, das ist ja wie Freizeit dann. Ja. iPad-Stunde? Oh, das Ding kommt schon. Hallo, moin. Also ihr habt einfach eine iPad-Stunde, wo ihr einfach am iPad-Stunde steht, ihr lernt da gar nichts? Hm. Kollazierung noch? Ja. Na ja, aber dann sollen die diese iPad-Stunde nicht machen und dann habt ihr einfach eine Stunde früher Schulschluss. Ja, nein, ja. Aber das ist meistens so, das ist immer an langen Tagen. Manchmal ein paar Wochen machen geht das auch nicht. Und dann machen sich irgendwie wieder keine Ahnung, was wir da machen. Und wenn wir was am iPad machen, manchmal spielen wir auch Karut. Hä? Karut. Das ist, da können die Lehrer quasi einen Quiz erstellen über, keine Ahnung, Geld, oder Mathe, über irgendwas sowas. Dann können wir einen QR-Code scannen und dann können wir da mitmachen. Und dann müssen wir, das ist wie bei Werbung mehr Fragen antippen, beantworten. Und was macht der Lehrer dann in der iPad-Stunde? Der ist auch am iPad. Ernsthaft? Ja. Aber ich weiß nicht, was sie machen. Das ist doch voll dämlich. Dann chillt der Lehrer eine Stunde am Handy, popelt in der Nase und wird dafür voll bezahlt. Ja. Das macht doch gar keinen Sinn. Traumjob, sehr kassig wie dein, wie unsere. Ja, aber die kleinen Butchis brauchen in der Schule doch auch mal ein bisschen mehr Bildung noch. Ja, dafür sind ja wir abends noch verantwortlich. Was ist dein Lieblingsfach? Projektwerkstatt. Was macht man da in der Projektwerkstatt? iPad. iPad? Ja, wir machen wie früher über ein Plakat eine Präsentation, halten über das iPad. Habt ihr sowas nicht mehr wie Werken? Was ist das? Kennst du Werken nicht? Also wir haben die. Werkunterricht? Ja, das macht. Du weißt nicht, was Werkunterricht ist? Nein. Okay. Das ist eigentlich traurig. Werkunterricht, weil du mit Holz eigene Sachen gemacht hast, hat man geschnitzt, geschliffen. Ja, ja, das kann man in der Mittagspause machen als Angebot, aber ansonsten nicht haben wir das nicht. Lieber eine Stunde am Handy rumchillen. Ja, machen die meisten. Das ist ja schuldes Hilf verloren. Du hast gewonnen. Hallo, ich sitze gerade mit Mons am Tisch, okay? Okay, ich sitze gerade mit Mons am Tisch. Hab ich schon? Gib her, ich will, sag ihm sonst. Gib her. Onkel Monte. Nein, hier ist Marcel, hallo. Er hat aufgelegt einfach. Kannst du mir gehen, der wird mich doch kennen, oder nicht? Ich sitze gerade hier mit Mons am Essen. Du bist in Mons am Essen. Ja, dann schöne Grüße am Montag hier am Eingang. Wie lange bleibst du? Hallo, wir sitzen hier beim Italiener, wenn ich gerne dazu setze. Die Kamera ist nur in meine Richtung gedreht. Also man sieht weder Ihren Sohn, noch würde man Sie sehen. Okay, ich bin jetzt hier am Eingang, aber wenn er Spaß hat mit euch, dann gut auf ihn aufpassen, ist alles gut. Ja, das war ein, Ihr Sohn war ein ganz kleiner süßer Butsch. Ich habe ihn auf eine kleine Carbonara nur eingeladen. Okay, alles klar. Ich bin froh, dass ich... Ja. Dann soll ich mich gleich mal anrufen. Ja, dann soll ich ihm dunkel nach Hause fahren. Dann komme ich ihn abholen. Alles klar, ja. Er meldet sich, wenn wir hier fertig gehen. Super. Gut, danke. Ciao, ciao, Papa. Ciao, ciao. Ja, ist auch süß, dass sein Papa sich kümmert. Eigentlich traurig, dass die kleinen Kids keinen Werkunterricht haben, sage ich ehrlich. Weil Werkunterricht führt dich ja auch einfach an das Handwerkliche ran. Und es ist traurig, dass die Leute, die kleinen Kinder, ihre extra Freizeit, also ihre Freistunde dafür opfern müssen, um das zu erlernen oder das Erlernen zu bekommen. Das müsste ein Standardfach in der Schule sein. Kein Wunder, dass unsere Handwerker mittlerweile ausbleiben und kein Nachwuchs am Start ist, wenn man das nicht in der Schule beigebracht bekommt. Oder in der Schule es schon so beigebracht bekommt, dass es ein extra Fach ist, wofür man seine Freizeit opfern muss. Das ist echt richtig sch***. Aber ey, Hauptsache eine Stunde am iPad rumpimmeln. Äh, 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 äh. Rumpummeln mein ich natürlich, ne? Und schmecken dir die Carbonate? Die sind gut, oder? Ja. Was ist dein Liebling zu dir? Faghetti Bolognese. Guter Mann. Wir sind übrigens die Wette gewonnen, ne, mit dem Essen? Ja. Oh, ne Pizza. Okay, das ist krass. Guten Appetit euch, ja? Guten Hunger. Danke. Kannst du nicht laut rülsen? Musst du mal bei deiner Lehrerin auf den Tisch halten und sagen, das will ich mal als Fachhaben. Ja, sag ich. Dann sag ich mal Küste von Monti. Ja. Was ist dein Traumauto? Äh, Traumauto? Oder welche Autos findest du am tollsten? Also, das klingt bisschen komisch, aber ich finde Mercedes sehr schön. Mhm, wieso klingt das komisch? Ja, das klingt schon komisch. Jeder sagt Mercedes oder La Moreno. Und ich sage halt auch Mercedes oder La Moreno. Ach, du sagst auch Mercedes oder Lamborghini? Ja. Okay, krass. Und Lamborghini einfach nur, vielleicht auch wegen dem Sound, aber generell, weil die Optik so krass ist. Ich finde ich von innen so schön. Lamborghini? Ja. Ah, okay. Einer hat gefragt, ob du auch von Sascha die Videos schaust oder ihn kennst. Ich kenne ihn von sehen, aber schauen will ich jetzt nicht. Ja, also ich würde ich dir auch nicht empfehlen. Doch, empfehle ich dir. Nein, nein, nein. Doch, doch. Nein, nein. Vertrau mir. Wenn du älter wärst und auf YouTube mehr Zeit verbringst, wirst du irgendwann an Sascha nicht vorbeikommen an seinen Videos. Und ist das so bei dir auf der Schule, dass alle auch mal gerne irgendwann YouTube machen wollen? Oder hat man noch richtige Wünsche, was man beruflich machen möchte? Ja, die meisten wollen streamen auch werden. Ich sag dir so, wenn deine Schule gut läuft, deine Noten passen und sonst in deinem Leben alles gut läuft, noch ein-, zweimal die Woche abends streamen als Hobby, dann spricht da ja nichts gegen. In jungen Jahren gerade. Ich glaube, dass es jetzt in der Zeit auch schwieriger ist, früher, wo YouTube noch nicht so bekannt war, war es ja nicht ein bisschen einfacher, weil jetzt hast du ja wirklich jeden Content, hast du irgendwie 500 Mal oder wie. Mein Reden, man könnte meinen, dass du meine Videos schaust. Und was würdest du machen später? Wahrscheinlich irgendwas für Marketing. Marketing? Hört sich gut an, ja. Digga, ich hab gerade gegessen, Sascha, was soll das? Und ihr wisst, ich bin immer großzügig, mache immer gerne Fotos, aber beim Essen wird nicht gestört. Das ist einfach, beim Essen wird nicht gestört. Essen ist heiliger Bereich. Immer diese Influencer, cool, du kennst das nicht, weil dich niemand nach Foto fragt. Das ist das Problem. Ja, was will denn dein Vater zu essen haben? Karbonat. Auch Karbonat? Entschuldigung? Nein, 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 nein. Nein, 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 ich lasse mich nicht. Nein, die können doch eine richtige Portion, ihr müsst euch vorstellen, hier ist eine richtige kleine Versammlung jetzt, 20, 30 kleine Kids, die werden alle rausgeschmissen jetzt gerade. Und die werden rausgeschmissen, weil sie sich nicht benehmen können. Versteht ihr, wie ich meine? Die können sich nicht benehmen, die laufen hier rum und geiern die ganze Zeit und gucken mir gefühlt mein Pizza, wie Sascha's Pizza-Belag von der Pizza. Oder können wir noch eine Karbonat zum Mitnehmen bestellen? Ja, doch, doch, alles gut, kleiner Mann, alles gut, kleiner Mann. Eine Karbonat, ist doch egal, alles gut. Will dein Vater mit Speck? Ne, ohne Speck, eine Portion zum Mitnehmen. Guck mal, du musst das so sehen, eine Hand wäscht die andere. Dadurch, dass du schon so lange guckst, gehen jetzt zwei Karbonat und ein Getränk auf meinen Nacken. Vorher hast du immer auf meinen Nacken gegönnt. Glaubst du heute gewinnt Gunnergy All-Stars? Ich hoffe. Ja, ich auch. Willst du noch irgendwas, einen kleinen Nachrichten oder so, kleiner Mann? Nein, ich bin toll. Ihr guckt in der Schule Nachrichten? Ja. Die Nadie guckt. Dürft ihr dann dazu auch Fragen stellen? Und redet ihr auch über das, was ihr seht? Nein. Nein. Also das war ja nicht so gedacht, dass wir 10 Minuten nacktun und 5 Minuten nacktun will. Reden wir dann darüber, aber machen wir nicht. Also man zeigt euch etwas, was in der Welt passiert und mit Sicherheit habt ihr auch mal ein paar Fragen, aber ihr redet dann noch nicht drüber. Na ja, ich will dich nicht in Ärger begeben, aber das hört sich zielführend an, oder? Also ich sag mal so, wenn ihr schon Nachrichten vorgesetzt bekommt mit Dingen, die im Leben passieren, dann wäre es ja auch eigentlich logisch, dass ihr als Kinder auch mal Fragen dazu stellen dürft, oder? Also, na ja. Du musst dir vorstellen, das musst du dir mal begreiflich machen, Leo. Als ich so alt war wie du, da gab es kein Internet, da gab es keine Handys, da gab es kein YouTube. Da war ein Highlight, abends um 20.15 Uhr auf dem Sofa mit Mutti und Faddi oder whatever einen Spielfilm zu gucken, Free Willy oder wie die Dinger da hießen früher. Und wenn ich mich unterhalten habe oder mich unterhalten lassen wollte, dann habe ich gespielt mit Autos oder bin nach draußen gegangen und habe mit Kollegen im Wald gespielt. Da gab es kein Handy. Da konnte ich nicht einfach meine Mama anrufen und sagen, ich komme gleich nach Hause. Weißt du, was meine Mama damals gesagt hat, wann ich nach Hause kommen soll? Wenn die Laternen angehen. Haben die zu meiner Mutter auch gewachsen? Genau. Komm nach Hause, wenn die Laternen angehen. Weil es gab damals kein Handy. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt noch kennst, aber vielleicht Telefonzellen. Weißt du, was das ist? Wenn du wirklich jemanden anrufen musstest, dann ging das nur über Telefonzelle. Oder du bist mal beispielsweise, wenn da irgendwas in der Nähe war, in eine Kneipe gegangen oder in irgendein Lokal und hast gefragt, kann ich mal kurz zu Hause anrufen? Aber ich sage nicht, dass die heutige Zeit schlecht da ist. Aber damals hatte man als Kind, glaube ich, oder hatten viele Kinder eine bessere, oder das heißt bessere, aber eine andere Kindheit, weil... Ja, das Ding ist, auf YouTube erlebt man ja auch nur das, was die vor der Kamera erleben. Also, man erlebt das ja nicht wirklich selber. Wenn man halt selber rausgeht, dann kann man halt selber was mit denen, deswegen... Du hast vollkommen recht. Du guckst dir Dinge an von Leuten, die Erinnerungen verschaffen für sich. Sagen wir jetzt einfach mal, du guckst dir als Beispiel von mir ein Video an, wie ich mir ein Auto kaufe oder wie ich im Urlaub bin. Dann schaust du dir Dinge an, die für mich Erinnerungen sind, aber keine Erinnerungen. Und du musst dir aber selber Erinnerungen schaffen. Dinge im Leben erleben, über die du in einigen Jahren drüber nachdenkst. So, und dass du YouTube guckst, das spricht ja nichts gegen. Ist ja so, als wenn ich früher Fernsehen geguckt habe, aber nicht zu viel. So, guck mal, wir machen das jetzt so. Du versprichst mir, dass du die nicht weitergibst. Tipp die da mal ein. Tipp da einfach ein. Und wenn du irgendwas brauchst oder deine Klasse, dann sagst du Bescheid. Aber nicht die Nummer weitergeben, das habe ich schon mal gemacht, dann wurde ich die ganze Zeit von irgendwelchen kleinen Blödmännern die ganze Zeit genervt. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich würde die Nummer auch nicht weiterleiten. Ein paar Jahre, wenn du dir dein Sparbuch aufbaust für deinen Führerschein, ich würde die verkaufen. Du hast deinen Führerschein noch nie so einfach verdient, ehrlich. Erstmal habe ich jetzt ja nur deine Nummer, du hast meine noch nicht. Weißt du, wie du bei mir eingeschweigert bist? Unter Leo Zehner. Ne, ne, ich bezahle. Mann. Vergessen. Hier, bezahl mal bitte. Und gib Zehner Trinkgeld. Alles. Ne, 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 du brauchst nichts. Nein, 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 ich habe dich eingeladen, kleiner Mann. Ah, ne. Ich habe vergessen, dass die Hose noch aufhören, Mann. Dann schicke ich für deine Familie mal ein bisschen Gönnergy rüber. Ja, aber du darfst auch noch nichts trinken. Ist ja klar, bis jetzt zehn. Was dein Vater dir erlaubt, ist das eine, aber ich erlaube sie nicht. Ich habe letztens... Ich habe die Gönnergy geholt, da habe ich mir eine Passe gegeben und da habe ich diese die Schrift, da habe ich so ausgestochen und habe dann mal eine Lichterketten reingemacht. Und dann geht das so richtig geil. Ach du, du hast dir Dosen geholt und hast die Schrift, die Gönnergy Schrift ausgestanzt und dann hast du Lichterketten reingemacht? Boah. Ich sag dir ehrlich, du warst einen richtig pfiffigen Eindruck für zehn Jahre. Aus dir wird später ein richtig guter Mann. Aber ich sag dir eine Sache, hör mir ganz genau zu jetzt. Verliere nicht den Fokus. Wenn du 15, 16 wärst und Leute werden kommen und versuchen, dich von deinem Weg abzubringen. Die erzählen dir was von Rauchen, Trinken, ein bisschen andere Sachen, die deinen Kopf kaputt machen. Hör nie auf die Leute, mach immer deinen Fokus. Weil am Ende, diese Leute, die dich mit 15, 16 vollquatschen, mal irgendwie Alkohol zu trinken oder zu Rauchen oder sowas, wenn du älter wärst, Mitte 20, werden die Leute nicht mehr an deiner Seite sein. Weil Freunde kommen und Freunde gehen. Wichtig ist, dass du dir was aufbaust im Leben und dass du deinem Weg immer treu bleibst. Weil was du aus dir machst, wirst du von irgendwelchen Blöden miteinander vollquatschen. Das habe ich nämlich leider viel zu viel machen lassen und mich von irgendwelchen Leuten vom Weg abbringen lassen. Hab ich gehört. Ja, ja. Großes Lob an den Jungen, sehr gut erzogen und sehr höflich. Ja. Danke. So, kleiner Mann. Ich weiß gerade, keine Tegel. Was denn? Die Mutter fragt mich gerade nach dem Foto und ich sage, geht gerade nicht. Wir sind gerade noch am Machen und dann sagt sie, oh, dann müssen wir den Follower-Button drücken. Oh Gott. Willst du noch kurz deinen Papa anrufen? Ja, kann ich mal. Ja, weil er hat ja gesagt, er will dich abholen. Danke. Kein Problem. Ja, danke, Marcel. Ja, klar, kein Problem. Wo holt er dich ab? Da vorne, oder was? Okay, Leo, ich schreibe dir mal WhatsApp. Ja, danke. Schönen Abend, Georg. Grüß deinen Papa von mir. Ciao, ciao. Ja, mach jetzt ein Foto. Ja, gut, alles klar. Also wir sind ein bisschen Zeit knapp. Bitte schon mal das Handy rausholen im Selfie-Modus dann. Schöne, Daniela, jetzt bitte. Danke, danke, danke. Mach jetzt schnell ein Bild bitte. Gut, alles klar. Gut, dachte ich sitze. Ja, komm, mach ein Foto. Ich bin zu dritt. Ja, mach ein Foto, komm. Danke dir. Gut, gerne. Gut, alles klar. Super. Gut, alles klar. Schönen Abend euch, ne? Danke, ihr. Mach's gut. Ciao, ciao, ciao. Danke, ihr. Schönen Abend, ne? Ciao, ciao. Mädchen, da seht ihr auch, ne? Wenn man dann auch mal kurz wartet, weißt du, wenn man am Essens-Tisch sitzt, dann ist das ja auch gar kein Problem, dann auch noch mal ein Foto zu machen. Moin, moin, hallo. Was? Klässe mit Dickens. Ich hab selber gar keinen Pickens, ich komm einfach so rein, gut. Wisst ihr, aber jetzt eben die Situation, der ist sowas so unangenehm, du musst dir vorstellen einfach, bin ich da noch am Essen und am Machen und die sind selber noch am Essen und dann sagt man, ne, jetzt gerade nicht und dann sagt man einfach, ne Jungs, jetzt gerade nicht und dann sagt man einfach, Dick, dann entfolgen wir dir. Hä? What the f***? Also das ist ja so hochgradig peinlich gewesen. Mach's gut, kleiner Mann. Ja, komm, hör mal, kleiner Mann. Alles cool. Lass dir gut gehen. Und immer schön auf Mama hören, ne? Ja. Gut. Oh Jungs, wir müssen rein, unser Stream starten in 10 Minuten. Okay. Wir müssen jetzt durch Tempo. Jungs, der war, der war der kleine Butschi, der eine Umarmung haben wollte. 10 oder so. So, okay, Chat. So, jetzt sind wir kurz hier. Jetzt stellen wir die Kamera auf. Was sagst du, ruchst du gleich an, dass wir das hier nicht klarmachen wie letztes Mal? Ja, danke schön. Das geht, Digga. Wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen, Alter? Schon sechs, sieben Jahre? Das letzte Mal in Las Vegas, wollte ich gerade sagen. Das letzte Mal, setz dich hin. Was? Ja. Das letzte Mal haben wir uns gesehen in Köln, da hast du noch bei Leverkusen gespielt. Ja, ich habe gehört, dass der Kontakt zu Kai nicht abgerissen ist, ja? Nee, aber wobei Kai ist halt auch nicht so affin mit dem Handy. Letztens schreibe ich ihm und sage, Digga, ich habe dich letztens angerufen und sagte, du lügst, na niemals. Da habe ich echt wirklich eine Viertelstunde in meiner Anrufliste durchgestrollt und ihn Screenshot geschickt, weil ich ihn wirklich angerufen habe, aber er nicht zurückgerufen hat. Ja, du bist manchmal, ich weiß auch nicht. Das ist ja auch Standby, aber das ist, du kennst ihn ja jetzt mittlerweile auch missen, ja? Wie geht's dir aber? Alles gut? Mir geht's gut, und dir? Der alltägliche Wahnsinn. Ja? Aber alles super, ich muss sagen. Ich war jetzt zwei Tage richtig K.O., aber zwei Tage, zwei Wochen. Mhm. Ich habe gefühlt die Pest gehabt, aber... So, grippetechnisch meinst du? Ja, ich war tot, ich kann's nicht, ich habe sechs Kilo abgenommen. Sieht man jetzt nicht, aber du hast auch relativ was Breites an, ne? Ja. Ich sehe aber einen wunderschönen, ist das... Nee, ich habe erst gedacht, es wäre ein Cartier-Ring, den du da um hast. Nee, das ist tatsächlich ein Billo-Ring. Sieht aber schön aus. Ja, gefällt dir? Ja, auf jeden Fall. Wie geht's der Familie? Alle gesund? Gut, 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 ja. Hey, ich muss mich bei dir entschuldigen, ja? Wieso? Ich habe dir vor langer Zeit gesagt, dass ich dich endlich mal besuchen komme, ja? Stimmt, ja? Ich habe es nicht gesehen, in deinem Auto. Ja. Ich habe einmal gehupt, aber du hast nur noch gerade ausgeguckt. Du hast wahrscheinlich, ich wäre irgendein Fan oder sowas. Ja, also ich sage dir ehrlich, bei mir ist das so, im Straßenverkehr wäre ich so oft gegrüßt oder angehobt von Leuten, die ich nicht kenne, deswegen ist es mittlerweile einfach so, dass ich es ignoriere. Dann hätte ich dich gesehen, natürlich, Digga, ne? Und wie ist die Dortmunder Luft? Du, alles gut. Wir haben uns ja ein bisschen stabilisiert jetzt wieder. Mhm. Alles okay, ja. Also sehen wir dich auch jetzt wieder in der Startelf? Das weiß ich nicht, aber ich war jetzt am letzten Wochenende, da habe ich wieder ein paar Minuten gespielt. Ich muss sagen, das mit der Luft ist nicht so einfach. Du kommst da echt, als wenn du sechs Wochen nichts gemacht hast. Hattest du Corona-Moroni oder einfach irgendwas anderes? Also ist nicht so ganz klar. Aber von den Symptomen wie Erkältung? Ja, 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 so Grippe, also wirklich eine harte Grippe von den Symptomen. Also ich hatte acht Tage Fieber und das dauert. Und dann bist du ungeduldig und startest gegen die Wand, ist nichts und so. Das ist dann alles nicht so geil für aktuelle Fußball-Saison und so. Auch für die Psyche, wenn man die ganze Zeit doof rumsitzt und nur in der Nase popelt. Ja. Und man nicht genau weiß, was man hat, ne? Das auch, ja, das stimmt. Aber für alle, die mal Bock haben auf eine Diät, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ja, leicht abnehmen, einfach krank werden. Ja, wir haben viele BVB-Fans hier im Chat. Ich glaube, viele von euch freuen sich gerade, ja? Wie ist das eigentlich bei euch? Wie sieht es aus? Habt ihr jetzt hier, ich glaube, heute ist ja vierte Spieltag. Ich bin das erste Mal. Viertes Spieltag, ja. Ich habe das schon geplant von dem ganzen... Doch, doch, ja. Da bist du nicht alleine. Habt ihr, wie viele Spiele habt ihr gewonnen? Eins. Das war heute das erste? Ja, wir waren zwei Spiele in den allerwertesten. Also im ersten Spiel haben wir wirklich scheiße gespielt. Okay. Beim zweiten Spiel haben wir gut gespielt, haben uns nicht belohnt. Ja. Im dritten Spiel, im dritten Spiel haben wir stark gespielt, nur einen Punkt geholt. Okay. Und heute haben wir endlich gewonnen. Ey, ich habe es auch eben schon im Stream gesagt. Die Jungs kommen hierher, spielen alle noch hauptmäßig in einem Hauptverein. Also, die spielen ja nicht hier nur, die haben ja noch einen Hauptverein, wo sie spielen. Ob es jetzt Kreisliga ist, whatever. Die spielen ja, haben dreimal die Woche Training, gehen noch arbeiten, haben noch eine Familie vielleicht und kommen dann noch am Montag aus deutschlandweit hierher gereist, um dann eventuell noch vorher Training zu haben und dann nochmal hier zu spielen. Klar, wir kommen hierher, Sascha und ich kommen hierher, die anderen Teamcapten kommen hierher, auch aus dem Herz, aber natürlich kriegen wir auch gutes Geld. Je nach... Ist ja klar. Aber die Jungs kommen hierher, kriegen auch Geld, aber bei Weitem nicht so wie wir jetzt als Teammanager und riskieren auch noch ihre Gesundheit. Für die war das unfassbar wichtig, heute drei Punkte zu holen, denke ich, ja. Ja, aber das ist eigentlich so eins der ersten Sachen, die mir extrem aufgefallen ist. Die kloppen sich hier schon gut um, ne. Ja. Also, wenn da einer... Und hier wird ja auch eine Bande gespielt, aber wenn du hier an der Linie langläufst, also die... Die gehen da rigoros rein, ja. Ich bin davon nix, ey. Das ist schon, also... Da muss ich schon sagen, ich weiß nicht, ob ich so agil und wendig wäre und das überleben würde hier, ey. Das weiß ich auch nicht, aber spielst du auch mal mit? Ne, darf man wahrscheinlich nicht, ne? Also, wir hatten da mit Mats auch das Gespräch. Wir haben jetzt ein paar wichtige Wochen tatsächlich vor uns, jetzt mit Champions League auch in anderthalb Wochen. Ich glaube, das werde ich so. Gegen wen spielt ihr nächste Woche? Wir spielen in Wolfsburg jetzt und in Eindhoven. Ah, in Eindhoven. Ja, genau. Und dann kommen die ganzen interessanten Wochen, dann kommen Lever, Größen, Bayern. Ich glaube, wir sind in München. Was sagst du zu Leverkusen gegen Bayern? Enttäuschend, oder? Für dich, ja. Tatsächlich. Ich muss sagen, ich habe ja ein bisschen... Ich bin da natürlich ein bisschen pro Leverkusen gegen Bayern. Natürlich, ist doch klar. Ist doch dein Verein, wo du herkommst, ja? Aber ich habe mir das Spiel ein bisschen angeguckt. Ich war unterwegs. Die spielen schon gut, Mann. Leverkusen ist echt eine gute Mannschaft. Hundertprozentig. Also, die waren in den letzten Sons auch gut, aber diese Saison sind sie nochmal echt stark. Unabhängig davon, was du für ein Fan bist, so rein fußballerisch war es ein langweiliges Spiel, weil du nicht einmal das Gefühl hattest, dass Bayern auf dem Niveau spielt wie Leverkusen und auch überhaupt rankommt an den Anschlusstreffer oder... Ja, also es gab bestimmt den einen oder anderen, der sich so nochmal mehr erhofft hat, auch gegen wer, also gegen wer in dem Sinne, dass natürlich dann Bayern mal auch ein, zwei Tore macht. Na klar, 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 klar. Da war wahrscheinlich Hamburg gegen Hannover ein bisschen interessanter. Safe, ja, ja, ja. Oder Stuttgart gegen Leverkusen. Ja, auch ein gutes Spiel. War ein geileres Spiel zum Zuschauen als Bayern München gegen Bayern oder gegen Bayern. Aber man musste erst mal das Spiel 3-0 gewinnen. Das ist schon, also, ja, Hut ab vor den Jungs. Die spielen echt eine wahnsinnige Saison, muss man echt sagen. Also, wir haben da ja auch gespielt mit Katz und Maus. Also, ich sage ehrlich, du und Kai zusammen bei Leverkusen war schon cool. Ja, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Manchmal, weißt du ja, wir waren da ja auch echt lange und so und irgendwann geht die Zeit ja auch so ein bisschen um, aber ein bisschen vermisst das auch mit dem zusammenzuspielen. Das war schon geil, ja. Ihr wart eine gute Kombination, weil man hat gemerkt, ihr spielt nicht nur zusammen Fußball auf dem Platz, sondern ihr seid auch Freunde. Ich finde, das hat man schon gemerkt auf dem Spielfeld. Ihr hattet eine andere Spielfreude zusammen als vielleicht andere Leute im Team oder andere Leute in anderen Vereinen. Das hat man schon gemerkt. Ich habe ja damals schon gesagt, ihr müsst beide zu Bayern kommen. So, ich kann mich noch an eure Reaktion erinnern. Die war jetzt nicht so, naja gut, ist auch egal. Willst du was trinken zufälligerweise? Ihr habt doch dein neues Getränk da oder so, ne? Ja, die neuen Sorten haben wir da, ja. Also, was ist das dann? Energy ist das. Das ist Energy Drink? Energy. Und was für neue Sorten hast du jetzt? Wir haben einmal White Peach, Sweet Lemon und Juneberry Jam, also Felsenberne. Ja, wenn ich schnell abhau, ne, ich höre mal so ein Ding da mit. Ja, nimm dir, nimm dir so viel, wie du willst. Ja, ist gut. Hast du eigentlich noch Kontakt zu Steely? Ja, na klar, ich habe gerade heute mit ihm geschnackst. Also, Steely ist halt immer noch im Winterschlaf, ne? Ja, aber kam der da jemals raus? Du, ich weiß, Digga. Ich liebe nur Liebe für Steely im Herzen. Du kennst ihn ja auch. Wir haben ja damals sogar zusammen Fortnite gezockt. So sind wir überhaupt in Connection gekommen damals über Steely Brili. Für Steely haben wir beide und ich glaube Großteil meiner Community nur Liebe im Herzen. Und wir sagen einfach mal, scherzeshalber, der macht immer noch seinen Winterschlaf oder der ist gerade noch Joggen. Der Klassiker, ne? Der macht Sport oder das? Nein, das ist so ein Running Gag, Digga. Das ist so ein Running Gag. Gerade heute mit Steely, ich muss auf seine Nachricht antworten, da war ich auch schon mit Sascha unterwegs. Steely nur Liebe im Herzen, ja? Guter Typ. Mich interessiert das einfach, wenn ihr jetzt hier durch seid, zieht ihr dann? Oder seid ihr dann noch hier ein bisschen? Oder wie ist er? 22 Uhr muss ich nach Hause. Ich baller heute auch noch zurück. Ja gut, dass ihr jetzt nicht übernachtet, das hatte ich mir schon gedacht. Ja, aber dann penne ich auch in Köln dann, aber heute baller ich wieder zurück. Karneval, das war so ein bisschen wild hier. Ja, da habe ich auch keinen Bock drauf. Heute ballern wir zurück, aber ich sage so, das ist relativ, also heute war ausnahmsweise mal ein Tag, wo der Verkehr wirklich scheiße war von Hamburg hierher. Ja, ich bin über Hannover gefahren. Ja, ist besser, ne? A1 tot. Über Bremen ist Sch***. Bremen geht ja noch, aber dann da mal Berge, die 40 Kilometer 80er Zone Baustelle, da kriege ich jedes Mal einen Krampf. Für mich ist das auch die Hölle, ich hasse diesen Weg so sehr. Was fährst du aktuell, wenn ich fragen darf, weil du es sagen magst? Auto. Ja. Ich habe einen R8, den fahre ich aber jetzt im Winter nicht so sehr, weil ich bin faul, ich tausche nicht so gern die Reifen. Ich habe auch mit Sommerreifen drauf. Ich fahre auch mit Sommerreifen, also mein Verständnis hast du so. Vor zwei Wochen war es ja noch ein bisschen kühl. Ich habe mich einmal irgendwann, bin ich einmal nach Bremen gefahren, kleine Side Story, da hat es geschneit und ich habe mich auf der A1 einmal 360 Grad gedreht und da kam Gott sei Dank kein Auto, also konnte dann wieder weiterfahren. Und seitdem habe ich mir gesagt, wenn es glatt ist oder sowas, dann fahre ich ein Auto mit Winterreifen und langsam. Ich fahre so einen Velar, so einen Range Rover einfach, ich finde das gemütlich. Geländewagen enjoy ich auch sehr, ja? Ja, und ich bin, ja, wir Bons fahren, haben ja viele Jungs fahren, oder es ist ja sehr, wie soll ich sagen, enttrennt jetzt momentan so eine G-Klasse zu fahren, das ist tatsächlich nicht so meins. G-Klasse mag ich optisch auch nicht, ehrlicherweise, ist mir zu kantig. Ich mag einfach die Form nicht von der G-Klasse, ich habe jetzt einen GLS als 63er, der macht mir unfassbar viel Spaß, der geht jetzt zwar weg, weil ich mir was Neues gezogen habe, so Geländewagen schon, aber G-Klasse ist auch nicht meins. Und G-Klasse ist auch mal ehrlicherweise irgendwie nichts Besonderes, also G-Klasse hat irgendwie jeder, geh mal in Berlin oder Hamburg, siehst du ständig G-Klassen. Viele, ja, definitiv. Aber du liebst, geiler Wagen. Ja. Ich finde den schön. Ja, klar. Ja, aber das ist ja auch, also ich, bei mir viele Jungs feiern den auch und ich finde das dann auch gut so. Ja. Ich glaube, ich habe mich nur selber bislang noch nie da drin gesehen, weißt du. Ja. Das ist genauso wie Lambo, ich sehe mich auch nicht in einem Lambo, ist einfach so. Ich bin mit Veli hergefahren, der Pferd fahre ich in seinem U-Vos, total entspannt da drin, muss nicht fahren, geil. Aber irgendwie, manchmal hat man so, ich habe als kleines Kind, wenn ich immer, habe ich nie vor Speed Carbon immer gespielt. Und ich bin als kleines Kind immer R8 gefahren und dann war das irgendwann für mich so, das war für mich so das Optimum, weißt du. Ja, aber das war wie so ein Kindheitstraum, den man sich dann irgendwann gefiltert hat. Need for Speed Carbon, sehr geiler Teil, ja, safe, safe. Aber wenn du dir einen Supersportwagen holen müsstest, dann eher so in die Audi R8 oder Porsche Richtung oder was würdest du dir holen, wenn du richtig schnell fahren willst? Du hast doch einen R8, oder? Ja, also es wäre... Achso. Ja, ich habe ihn. Achso, du hast ja von... Sorry, mein Fehler. Ja, 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 ja. Das ist für mich tatsächlich, ja. Ich bin auch nicht so krass autofil, wie ich jetzt sicher entschätzen würde oder manch andere. Also du hast ja viel, oder? Ja, ich bin jetzt aber auch kein Autoprofi. Aber du hast ja schon, du bist ja schon eine Menge gefahren. Ja, doch, doch. Und meistens war es ja Leasing, oder? Ja, den einzigen Wagen, den ich mir Leasing kauf gemacht habe, ist der Lambo. Die anderen Wagen waren alle nur geleased. Ja, das schon, also wenn man echt die Möglichkeit hat, so vieles auszubilden, ist echt schon cool. Also das macht schon Spaß. Aber der R8 ist schon mit dem Cockpit, was? Ja, wenn das Interieur, wie nennt man das? Es gibt doch einen Fachbegriff, wenn das neu ist. Facelift meine ich. Also es gibt ja den R8 schon als Facelift, also mit neuer Technik drin. Ja, also aber auch der, also die haben da eher was am Motor gemacht. Die haben den Leiser gemacht, da ist der Saugenmotor nicht mehr drin und die haben den ja auch jetzt aufgehört zu produzieren. Also muss man mal in Stuttgart nachfragen, warum, aber wahrscheinlich wegen den Grünen oder sowas, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich habe auch nur gehört, dass die aufgehört haben mit dem Produzieren. Oder dass es jetzt irgendwie aufhört. Ja, da passiert jetzt vieles bei Audi und Porsche gerade. Und du bist heute hier jetzt ein bisschen zum Gucken, ein bisschen zum Upchillen. Ich habe heute Morgen, wir haben zwei Tage frei eigentlich, gestern und heute. Und ich war heute Morgen kurz beim Training, weil ich ein bisschen was nachholen musste. Dann habe ich den Frühkurt gesehen und der hat mich vollgeladen und sagte, komm mit und sowas, ich fahre dich. Und der Hummels, der kommt ja schon seit drei Wochen, weißt du? Ja, ja, ja. Ich stand ja auch zur Debatte, ob ich hier auch so ein Teamchef mal werde. Aber ich bin ja einfach zu faul dafür. Nächste Saison vielleicht. Ja, mal gucken. Also das Problem ist ja, du bist ja auch mal hier und ich plane nicht so gerne in der Zukunft, weißt du, was ich meine? Und mache mich so abhängig von was. Ich bin dann so, wenn ich Montagabend lieber zu Hause chillen will, schaue ich lieber zu Hause. Eine Runde vorne mit Stili Brili. Als Beispiel, genau. Ja, ich verstehe das schon, aber ey, vielleicht passt das ja in der nächsten Saison. Ich bin auf jeden Fall in der nächsten Saison noch am Start. Wenn ihr bei ihr da seid, überlege ich es mir tatsächlich. Also ich bin auf jeden Fall safe, weiß ich. Ja, ja. Ich bin nächstes Saison auf jeden Fall wieder als Team Captain am Start. Das heißt, das macht euch auch nicht Bock. Safe. Also ich sage ehrlich, am Anfang hat man sich so gedacht, oh, okay, ey, jeden Montag, beziehungsweise wir müssten nicht jeden Montag von zwölf Spieltagen, müssen wir glaube ich sechs hier sein und sechs von zu Hause. Und am Anfang hat man sich gedacht, boah, immer nach Köln hin, dann wieder zurück. Aber ich verknüpfe das mit, ich auf dem Weg hierher streame ich schon mit meinem Rucksack, so, dann hier vor Ort, was leckeres essen, mit Sascha chillen. Man trifft hier viele coole Leute wie dich oder mal ein Hummels oder andere Leute, weißt du. Und am Ende, wenn man dann wieder nach Hause fährt am gleichen Tag oder am selben Tag oder am nächsten Tag, dann hat man schon das Gefühl, dass man was cooles gemacht hat. Bei den Leuten kommt es gut an und mir macht das echt Spaß, ja. Jetzt, wo wir auch mal Punkte holen, natürlich noch mehr, Digga, ne. Ja, also ich weiß ein, zwei Namen noch. Wenn ich Zeit hätte, würde ich für dich auftribbeln oder für euch. Dann würde ich tatsächlich einen Spieltag machen. Aber darfst du, glaube ich, vertraglich nicht, ne. Alter, der, die bringen mich um, ey. Also wenn ich mir was tue, wenn es gut geht, dann ist alles gut. Ja, aber das Risiko kann man ja auch verstehen, ne. Du bist ja ein wichtiger Spieler bei Dortmund und wenn du dich jetzt dann, in Anführungszeichen, man würde dir dann unterstellen, du hast dich mutwillig verletzt während der laufenden Saison. Wir importieren den Kai aus London hierher für ein Wochen. Das wäre geil, ja. Ich habe Kai auch schon mal gefragt, so, ey, komm doch mal her. Aber der ist da halt auf der Insel gefangen gefühlt. Alle zwei, das fehlt nur, dass die jeden Tag spielen, ey, mittlerweile. Die spielen echt unfassbar viel, ja. Ja, die haben mit Champions League vier Wettbewerbe da, das ist total. Aber momentan läuft ja auch, ne. Gut, ja, ja. Für mich freut ihn das extrem. Der hat tatsächlich ja ein paar Monate, wo sie echt auf den draufgehauen haben. Hab ich mitbekommen, ja. Der hat sich da echt, was auch nicht einfach ist in England, muss man echt sagen, das ist ein anderes Pflaster als in Deutschland, so wie man das jetzt hört, auch von anderen, die bei Sané, als Beispiel. Der hat sich echt gefangen und das ist echt cool. Also man fühlt da ja ein bisschen mehr mit, wenn man da eine Person auch sehr gerne mag und sowas. Er wurde in der englischen Presse schon zerrissen, weil er halt nicht nach deren Erwartungen abgeliefert hat. Da hatte ich mit ihm ein bisschen auch drüber gequatscht. Ist ja auch egal was, aber man wusste, okay, das tut ihm weh so im Herzen, weil man ja auch weiß, was er kann. Aber jetzt holen sie die Siege. Jetzt macht er vielleicht nicht jedes Spiel drei Tore, aber er leistet der Mannschaft einen wichtigen Beitrag. Und ich glaube, dass er auch beisamt, egal für wen, egal ob du auf der Insel spielst, in Deutschland oder in einem anderen europäischen Land beispielsweise. Natürlich, wenn du ablieferst und die Fans sind mit dir zufrieden, der Klub läuft, natürlich ist das für jeden beisamt. Warst du schon mal da, dass du dir das Spiel anguckst? Ich war letztes Jahr mit Kai Pflaume noch bei Chelsea. Okay. Hatte der Kai Pflaume nicht da die Story gemacht? Genau. Das war diese, wo hat er das Interview gemacht? Genau, richtig, ja. Einen Tag hat er ein Interview mit mir gemacht so und am nächsten Tag mit Dings, mit Kai. Da waren wir im Stadion, abends sind wir noch was essen gegangen. Das war echt cool, hat richtig Spaß gemacht. Kai ist ja auch einfach ein geiler Typ. Schon seit längerer Zeit sagt Kai immer, ey, komm mal nochmal her, komm zu dem Spiel von Arsenal. Und ich werde das auch in den nächsten Monaten auf jeden Fall angehen, in den nächsten ein, zwei Monaten. Jetzt aktuell ist viel zu tun. Ja, ihr seid ja immer zeitlich auch viel eingebunden. Ja, einfach mal ein Wochenende rüber nach London, warum nicht, ne? Ich verspreche denen das seit vier Jahren, aber ich habe es auch nicht geschafft. Ja, naja. Aber auf jeden Fall nur Liebe, ne? So, okay. Ja, Jungs, dann würde ich sagen, ich mache mal langsam die Biese, vielleicht sehen wir uns da nochmal. Ja, ich komme kurz mit raus, wir tauschen nochmal kurz die Nohren aus, weil wir noch... Ja, auf jeden Fall. ...sonsten wir nur A-Dings, WhatsApp, äh, Instagram. Sascha, ich komme sofort wieder, okay? Ich werde immer, die Leute, die schreiben NPC, will der Konversation nicht schaden, die kennen sich länger, dann höre ich zu. Wisst ihr, ich sitze hier dann einfach, ich hätte jetzt rausgehen können, okay, aber weißt du, du sitzt halt hier und ich brauche jetzt nicht auf Krampf in der Konversation irgendwie, äh, weißt du, da kretsche ich ja nicht rein. Was soll ich da jetzt auf Krampf immer reinkretschen oder irgendwas sagen? Vor allem das Mike hatte so schon zu kämpfen mit Julian, da brauche ich nicht noch auch was machen. Ich bin nicht nervös, ich bin einfach nur noch, äh, ich bin ein bisschen, ein bisschen fertig und noch ein bisschen so die Anspannung, weil wir gewonnen haben und ich dachte, ich hatte, bei uns im Team weiß man nie, so, ob, ob da jetzt noch irgendwas passiert und man kassiert so ein dummes Gegentor, weil wir schon so viele Dumme kassiert haben, aber es war gut, alles gut. Füllkrug muss hier rein, also ich bin nicht, also ich bin, was so Aktivität mit Fußballern angeht, überhaupt nicht aktiv, aber ich hatte, äh, letzten Spieltag Füllkrug hier unten getroffen und da haben wir noch geschrieben auf Instagram, weil ich ihm eine Memo geschickt habe, dass, äh, er nur Bilder postet im Trikot, also, wenn man auf Füllkrug seine Insta-Seite geht, nur im Trikot, nur Dortmund-Content und ich dachte mir so, hä? Und da habe ich ihm auch noch eine Memo geschickt, ey, komm doch am Montag, ey, hoch ins Stream, die Leute würden sich freuen, aber ich glaube, äh, ich will, ich habe übel Bock, dass der hier sitzt. Chat, der kennt, der kennt alle, der kennt, der kannte auch Peter, einfach, einfach Peter, ne, der auch hier war mit Spendi, der kennt einfach Peter, Kommandekrieger, der kennt alle, das ist ein richtiger Nerd, was Creator angeht, ich schwöre es euch, das ist crazy, hol ihn, ja, ich weiß ja, ich, weil, ich weiß nicht wie, aber... Für Max Kruse ist so geil, Leute, kommen wir mal rein, sagen Hallo und gehen weiter, ja, ist wirklich so, wie so ein laufender Posten, Digga, yo, Prinz Pi, was geht? Ich habe gewonnen, habe ich gehört, ja, moin. Was geht, mein Bester, alles klar? Lange nicht mehr gesehen, geht's hier um mir besser, ne? Ich habe dich nur feiern gesehen, mein Bruder. Ja, natürlich, musst ein bisschen dichter an den Mund ranziehen, dass die Leute dich vernünftig hören. Was geht ab? Wie viel habt ihr gewonnen, 5,4? 5,4, aber kannst du die Tür bitte noch zumachen, dass du es nicht so halt... 5,4 haben wir gewonnen, ja? Ich habe euch lange nicht gesehen, ich habe euch vermisst, ehrlich, lange nicht gesehen. Ja, du kommst ja nicht mehr raus, Digga. Ja, Bruder. Wow, weil in Köln hängen überall schon Vermisst-Zettel, da hat den niemand gesehen. Früher sind wir zusammen frühstücken gegangen, zu dritt, jetzt sind wir noch zu zweit. Früher sind wir auch mal nach Holland gegangen. Boah, Bro, Holland-Session damals mit Memo und dir, war schon geil, Digga. War schon eine geile Zeit, ja. Also, waren das die ersten drei Punkte? Ja, Mann. Verdient oder unverdient? Verdient. Sehr verdient, Bro. Schon letzte Woche wäre verdient gewesen. Ja? Ja, ja. Kann ich mal Gönner-Nagy probieren, die neue Sorte, oder ehrlich? Welchen willst du denn? Was würdest du sagen, ist die beste? Haben wir noch einen Lilanen, dann geben wir den Lilanen. Okay, easy. Schön kalt, sowohl. Ich gönne mir gebeut, Peach. Auf dich, Bro. Auf deine Kinder. Bester Mann, ja. Das hast du schön gesagt. Bruder, sehr gut. Joonberry Jam. Soll ich dir was sagen? Hm? Ich glaube, das schmeckt mir besser als die anderen drei. Oh, also, Diggi, jeder hat einen anderen Geschmack, aber es ist schon ein sehr erwachsenes Getränk. Und es schmeckt viel mehr nach Limonade, Digga. Gibt es schon auf den Markt? Nee, am 19. Das ist brutal, wirklich. Du müsstest auch einen Koffer bekommen haben, glaube ich, ne? Ja, aber nicht, also, die alten Geschmäcker, ne? Nee, ein neuer Koffer würdest du eigentlich zu dir gekommen sein. Nee, da ist auch keiner. Meine Frau benutzt den immer. Ja? Ja, ja, schön. Ich glaube, aber du müsstest auch einen neuen bekommen haben. Aber vielleicht, weil du umgezogen bist. Nee, noch nicht. Ich finde das richtig süß. Sascha will immer Casino. Ey, es gibt Geschichten, ne, mit Siggi, mit Paul. Also, der ist kein Zocker. Ja, der ist kein Zocker. Vertrau mir, er ist Zocker. Nein, nein, nein. Du hast niemals geschafft. Nein, kann nicht sein. Ich habe da gar nichts gemacht. Irgendwas automatisch ging alles. Frag ihn. Also wurdest du gezwungen. Aber eins kann ich sagen, und dann mache ich mit dir jetzt eine Wette. Er hat niemals mehr als 500 Euro reingeschmissen. Nein. Nein, nein. Doch, einmal schon, als wir da waren, hast du dir sogar Geld geliehen. Wenn das anfängt, ist gefährlich. Aber, ey, Sascha ist kein Spieler. Wenn, habe ich ihn mitgenommen, so, weißt du. Nein, aber das passt auch gar nicht so. Wir spielen alle nicht. Wann geht es wieder los? Turm, Uhr? Sonst, ich habe jetzt eigentlich, eigentlich vorgestern war mein letzter Urlaubstag. Ich habe jetzt drei Monate gechillt, so. Und jetzt gehen wieder Konzerte los. DSS geht bald wieder los. Ja. Und mein drittes Kind kommt. Ich habe es mitbekommen, ja. Also geht alles. Danke meinem Bruder, ja. Da habe ich schon ausführlich mit Baris drüber geredet. Ja, ja. Wo ist der kleine Hodenkobalt überhaupt? Der eigentlich ist doch immer hier, oder nicht? Bro, er hat normalerweise Zelt vor der Tür. Aber ausgerechnet heute ist er nicht da. Ja, Bruder. Wie viele Millionen hast du auf dem Konto jetzt? Ganz normale Frage. Nicht eine, nicht eine. Auf dem Konto nicht eine. Nein, nicht eine. Soll ich dir was sagen? Das habe ich dich vor fünf Jahren schon mal gefragt. Da hast du auch Nein gesagt. Sag die Wahrheit. Ist doch nicht schlimm. Ja, habe ich nicht. Okay. Akzeptiere ich. Ich kann dir Girokonto jetzt zeigen. Ja, Girokonto kann ich dir auch zeigen. Nein, also Konto in Sparkasse. Wie viele Millionen hast du auf dem Konto? Ja. Weiß ich nicht. Auf dem Konto keine. Nein, ich habe jetzt kein Geld mehr, weil ich habe mir jetzt eine neue Immobilie gekauft. Nee, reicht nicht. Nee, ganz normale Uhr. Schöne Uhr. Ja, finde ich auch. Nee, auf jeden Fall kein Geld mehr, Bruder. Ich habe jetzt ein neues Grundstück gekauft. Jetzt ist es erstmal... Neues was? Neues Grundstück habe ich gekauft. Da, wo ihr jetzt hinsieht, meinst du? Nee, nee, nee. Ja, genau. Ich habe ja eins in Köln und jetzt noch eins. Jetzt heißt es Bangkok. Das heißt, eigentlich bin ich nur hier reingekommen, um zu fragen, ob ihr mir ein bisschen was leihen könnt. Das gleiche habe ich dich auch schon mal gefragt. Habe ich Nein gesagt? Kannst du dich noch daran erinnern? Aber niemals habe ich Nein gesagt. Ich habe Pietro, ich kann das ja mal ehrlicherweise sagen, ich habe Pietro irgendwann mal gefragt. Schon länger her. Und viel Ausgaben, gerade Haus, da habe ich Panik gehabt, dass ich das nicht bezahlen kann. Konnte ich, alles gut. Aber da habe ich Pietro angerufen und habe zu ihm gesagt, ey Diggi, bei mir drückt vielleicht der Schuh. Meinst du, wenn so, dann könntest du so? Und er hat sofort gesagt, gar kein Problem, Digga. Aber weißt du warum? Weil ich genau weiß, dass du es auch machen würdest. Hundertprozentig. Und deshalb musste ich auch gar nicht lange nachdenken. Und das würde ich auch für Sascha machen, das weiß er. Weißt du, wo ich uns sehe? Bei einer männerdominierten Juri bei DCS. Dieter, du und ich. Könnte geil werden. Ja, das wäre so lustig, Digga. Ich sehe dich da irgendwie so, als strengen Juror. Ich habe ja keine Ahnung von Musik. Gut, haben die meisten nicht hier sitzen. Aber der Punkt ist ja, ob du Ahnung hast oder nicht. Wenn ich so singe, hallo, ich bin da. Wie hört sich das an? Schatze. Genau, also dafür müsst du keine Ahnung haben. Nee, das stimmt, da hast du recht, ja. Und wenn sich was geil anhört? Ich habe eine Frage nochmal aus Interesse. Bei Supertalent gibt es ja sowas, dass einer sagen kann, egal was ihr sagt, der ist für mich weiter. Gibt es das bei DSDS auch? Wir haben eine goldene CD. Das heißt, jeder Juro hat eine goldene CD. Der ist einer Live-Show oder andere, oder? Nee, der ist im Auslands-Recall direkt. Okay, dann sage ich dir eins, wenn Marcel in der, wie hast du gesagt, Jury wäre? In der Jury. In der Jury. Dann, wenn einer reinkommt und von King Orgasmus oder von Frauenarzt irgendwas rappt, goldene CD ist sofort weg. Nein, 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 nein. Doch. Das wäre schon lustig. Aber Moderatorenjob, findest du sowas geil oder interessiert dich nicht? Guck mal, ich sehe das so, Digga. Du bist in deinem Musikalischen, wo du bist, super drin, verdienst damit dein Geld, bist anerkannt. Und so ist es mit mir bei Twitch auch. Warum sollte ich in etwas reingehen, wo ich mich nicht so gut auskennen und eventuell sogar mich blamieren könnte für eine schmale Marke in der Tasche? Dann sage ich lieber von vornherein Nein und mach mein Ding weiter. Weißt du, wie viele Leute zu mir gesagt haben, weil ich liebe es ja auch, Menschen zu unterhalten und alles. Fang mal mit Twitch an, aber das ist nicht mein Gebiet, Bruder. Und ich glaube tatsächlich auch, dass ich nicht mal, und es ist auch gar nicht schlimm, wenn ich jetzt anfangen würde zu streamen, ich bin da so, ich habe so, mein Ego sagt, ich will keinen Push von dir, ich will keinen Push von niemandem, ich will es alleine versuchen. Und ich glaube, dass meine Zuschauer gar nicht so Twitch-affin sind, glaube ich. Sind auch ein bisschen, weißt du, mittlerweile auch viel älter geworden und alles. Aber ja, dafür seid ihr ja da, ne? Ich denke schon, dass Twitch bei dir funktionieren würde. Ja, ich glaube auch, weil der Unterschied ist ja, dadurch, dass du ja musikalisch übel am Start bist und singen kannst und alles schön ist, doch, pass auf, doch, weil T-Pain zum Beispiel macht es ja auch und es sind einfach geile Streams. Du müsstest jetzt nicht auf Twitch anfangen, auch auf irgendwelche Sachen zu reacten, klar kannst du machen, aber wenn du Musik machen würdest, und zwar einfach geil, im Studio und im geilen Setting und du hast einfach Bock, die Leute würden es krass wertschätzen. Du weißt, was das Ding ist? Du siehst jetzt, oder ihr seht es, das kostet so viel Zeit, ne? Also du manchmal bist 10 Stunden am Tag, 12 Stunden am Tag. Eher selten. Ja, und auch wenn es nur 6 Stunden sind, oder 4, mit 3 Kindern, Bro. Das wollte ich dir gerade sagen, Digga, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber wenn du Twitch anfangen willst, mach es, aber ich würde eher immer jemanden davon abraten, wo von vornher klar ist, der schafft es vielleicht einmal die Woche. Mach es trotzdem, so just for fun, aber Twitch ist eher so, dass du wirklich regelmäßig 3, 4, 5 Mal die Woche. Und du willst auch nicht irgendwie, weißt, anfangen, dann freuen sich die Leute und dann bist du ein Jahr nicht mehr da, so funktioniert das nicht, weißt du? Ja, du musst da krass am Start sein, 100%. Ja, das ist unfassbar warm, Digga. Du kannst hier, so wie Sascha quasi, ja, ne, du musst ja echt aktiv sein. So selbst ich schaff das gerade nicht. Ja, geil. Okay, Pietro. Jungs, ich wünsche euch viel Spaß, ich will euch gar nicht lange stören. Danke, dass du hier warst, ey. Freu dich auf den Koffer, neue Sorten kommen bald. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Freu dich auch. Dann darf dich mal wieder blicken. Ja, safe. Richtige Hotbox hier, oder? Okay. Ja, wir haben dich hier schon erwartet. Hi, Freu dich. Moinze? Wie geht, alles klar, wie geht's dir? Gut, und dir? So weit, so gut, ja. Du musst, das Mikrofon ist sehr feinfühlig am Mund. Man muss da... Hier ist eine Hitze drin, ne? Ja, ist eine ganz wahre Wut. Aber eigentlich liegt das nicht an uns, sondern das liegt an Kruse mit seiner Shisha-Kohle die ganze Zeit. Die Hitze zieht zu uns rüber. Ich finde das immer lustig, ich habe das Sascha schon erzählt. Jetzt sitzt, komm mal weiter rein, oder? Ich bin da, ich bin einfach rein. Wir sind ja ein bisschen beschränkt mit dem... Wir sehen uns jetzt, für den Chat ist das ja auch immer lustig, weil die kennen das ja genau so. Und irgendwie, kennst du mich ja auch, irgendwie entfernte Weise, aber ich komme hierher und ich habe das Gefühl, ich kenne dich einst, also komplett auswendig. Weil, wenn man euch auf Insta und so folgt, ihr YouTuber, ihr seid ja so transparent. Das stimmt, ja. Das finde ich immer, ist immer komisch, dann ein Gespräch zu führen, weißt du? Das ist irgendwie merkwürdig. Wir haben uns jetzt das erste Mal gesehen, also vorher haben wir uns ja noch nie kennengelernt. Ich muss aber zugeben, kein Fanboy, aber ich folge dir bestimmt schon lange, lange. Ich gehe runter wie Butter, Digga. Schon ein paar Jährchen sicher, aber Sascha auch, ne? Das finde ich cool. Aber man hat öfters gehört aus dem fußballerischen Bereich, dass die Jungs so ein bisschen YouTube gucken. Gerade so die Fortnite-Zeit damals. Mario Kart ist ja auch ein großes Thema, auch in der Nationalelf, dass die Jungs untereinander ein bisschen da zocken. Hat mir sagen lassen, dass Müller besonders gut sein soll. Aber Dankeschön, das freut mich sehr zu hören. Ich muss dir ehrlicherweise sagen, ich bin da jetzt auch namenstechnisch, es gibt ja so viele Fußballspieler. Und ich glaube, so die ersten Male richtig war halt bei Werder, ne? Wie lange hast du bei Werder gespielt? Das war ja schon noch relativ, ne? Ich habe bei Werder, jetzt um dich mal komplett mitzunehmen, schon interessant, ich war bei Werder die ganze Jugend. Also ich habe dort auch gelebt, im Internat und so. Das war dann schon dadurch entwickelt, so auch eine krasse Verbundenheit zu einem Verein. Und dann war ich sechs Jahre weg, sechs, ja, müssen so sechs gewesen sein. Und dann bin ich wieder vier Jahre zurück. Und da war dann auch die Zeit, wo ich dann jetzt extrem an, also bei Hannover war ich zwischendurch, drei Jahre. Die waren auch sehr erfolgreich, zumindest zwei davon. Und danach, ja, bei Werder ist es dann richtig erfolgreich geworden mit Nationalmannschaft und so weiter. Wobei es da auch erstmal bergab ging. Aber da ist dann eine größere Bekanntheit zustande gekommen und jetzt halt beim BVB, ne? Jetzt bei Dortmund, da knipst du ja auch regelmäßig. Ja, es läuft ganz gut jetzt. Wir versuchen immer jetzt voranzukommen, weil wir schon Schwierigkeiten in der Hinrunde hatten. Du guckst ja gerne, ne? Ja, doch schon. Also du schaust schon, ne? Und ja, wir müssen jetzt auch ein bisschen. Und deswegen war schon gut, dass wir jetzt zumindest mal ein paar Ergebnisse reingeholt haben. Ist halt eine schwierige Saison, wenn man ehrlich ist, ne? Also du bist schon irgendwie leider ein bisschen zu weit hinterher. Aber du musst trotzdem noch um deine Ziele kämpfen. Und deswegen... Champions-Sticks-Plätze international ist ja eigentlich... Gut, es sind ja jetzt noch einige Spieltage und einiges an Punkten. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wie viele Punkte trennen den BVB jetzt von den Erstplatzierten? Es sind irgendwie 12 Punkte, 13 Punkte. Ist natürlich alles noch möglich, aber vom Gefühl her eher nicht. Man muss ja auch mal sagen, also was die Leverkusener da vorne spielen, ist gerade schon Wahnsinn, ne? Also es ist schon brutal. Safe. Es ist schon... Die Besetzung jetzt auch am Wochenende war jetzt auch nicht, sag ich mal, die absolute Top-Besetzung von denen. Und dann mit Bayern das Spiel zu spielen, so wie sie es gemacht haben. Muss ich schon sagen. Ich hatte Brandt schon gefragt, ich frage dich das auch gerne nochmal. War er schon ein enttäuschendes Spiel als Spitzenspiel eigentlich, ne? Ja, was heißt enttäuschend? Also als Bayern-Fan auf jeden Fall, ja. Ja, für dich wahrscheinlich schon. Ich finde es aber trotzdem... Es ist halt... Ich glaube, dass es für viele Menschen nicht enttäuschend ist, weil es mal wieder was anderes ist, als das, was die letzten Jahre passiert ist. Dass Bayern die meisten Spitzenspiele einfach dominieren konnte und auch souverän gewonnen hat. Und so jetzt mal wieder eine Mannschaft zu haben, ähm... Boah, ja, also ein 3-0 ist halt auch nicht jetzt mal eben so knapp. Nee. Mit viel Glück. Was ich meine mit enttäuschend ist, auch unabhängig als Bayern-Fan, es war halt... Ich sag dir ganz offen und ehrlich, ich hatte mir einfach gewünscht, ein Spiel, eine Mannschaft, sagen wir, äh, Bayern schießt ein Tor, dann schießt Bayern ein Tor, steht 1-1. Weißt du, so diese, diese Spannung in dem Spiel, dieses Top-Spiel, dieses, wo du denkst, wow, da geht's. Es war halt eher so ein monotones Spiel und Bayern München hat halt nicht einmal das Gefühl dir vermittelt, als Zuschauer oder als Fan, dass sie noch rankommen jetzt und... Ja, es sind halt zwei brutale Ballbesitz-Mannschaften, ne? Ja, ja, safe. Also beide spielen halt schon einen sehr sicheren Fußball mit viel Ballbesitz und gerade Leverkusen ist ja schon... Also viele Mannschaften haben sich echt schwer getan, die, die Mannschaften zu pressen, weil Leverkusen es immer irgendwie wieder geschafft hat, die Situation aufzulösen. Haben halt gerade auch einfach viele Spieler, die wirklich top spielen. Gut performen, ja, ja, safe, ja. Wie ist denn das für dich? Erzähl du mal. So jetzt, weil es ist ja schon, ich muss sagen, ich bin jetzt zweimal freiwillig hierher gekommen. Mhm. Ist schon ein cooles Event, oder? Safe. 100 Prozent. Macht unfassbar viel Spaß, auch Leute kennenzulernen, mal, die man sonst nicht kennenlernt, weißt du, wie ich meine? So, das ist cool, sich zu connecten, mal Hallo zu sagen, hier zu sitzen, zu quatschen und dann noch Fußball zu gucken. Unterm Strich einfach ein geiles Event. Natürlich ist alles auch in einer gewissen Art und Weise Business, ist ja klar, aber es ist Business, was Spaß macht. Plus den Zuschauern da draußen den Arm versüßt. Wie viele Leute sitzen jetzt gerade vorm Bildschirm, schauen uns zu, enjoyen die Zeit, nehmen sich die Zeit hier zuzugucken, gucken kein TV, sondern verbringen ihren Abend mit uns. Und das ist halt ein größtes Kompliment und das macht halt einfach unfassbar viel Spaß, ne? Ja, das ist auch schon krass, ne? Wie du auch vorhin gesagt hast, so viele Fußballer und so weiter. Es ist ja mittlerweile fast unausweichlich, euch oder diese Blase zu kennen. Also du wirst irgendwo in deinem Leben damit konfrontiert, wenn du Interesse an irgendwelchen Dingen hast oder gerade wenn du auch mal ein bisschen selber im Gaming auch unterwegs warst als Mensch, dann ist man automatisch mit Leuten wie dir oder auch anderen konfrontiert. Aber ihr habt halt auch eine krasse Strahlkraft mittlerweile, ne? Auf jeden Fall, ja. Und ich finde, ihr habt auch ein anderes Publikum und eine andere Community. Also die Communities von euch folgen euch schon sehr. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Also ich glaube halt, man kann das gar nicht miteinander vergleichen, weil deine Leistung wird anhand dessen bemessen, was du auf dem Spielfeld ablieferst. Und dadurch verdienst du dein Geld. Ja. Also durch deinen Vertrag ist ja klar, aber je besser du spielst, desto besser ist deine Verhandlungsbasis für die nächsten Verträge bei demselben Klub oder bei einem neuen Klub. Und wenn der Spieltag zu Ende ist, dann gehst du am nächsten Tag zum Training, gibst ein paar Autogramme und alles entspannt. Aber du bist nicht verpflichtet, private Dinge in der Öffentlichkeit zu teilen. Ja. Danke dir, Sascha. Ja, aber nicht bereust, aber ich weiß ja auch, dass du ein bisschen manchmal damit gestruggelt hast, dass du so bekannt bist. Und auch, wie gesagt, bei mir ist es dann auch manchmal der 40-jährige Mann, der gerne am Wochenende Fußball schaut, der sich für mich interessiert. Und nicht immer nur der 16-jährige Junge, der noch nicht im Leben genau weiß, was sich gehört oder sonst was. Die zwar auch, aber es ist bei uns ja auch immer noch auf eine Mannschaft bezogen, auf einen Verein bezogen. Dann individualisieren die sich ein bisschen mehr Richtung dem einen Spieler oder dem anderen, aber es geht ja immer noch um das Ganze. Und bei euch ist es halt immer, es geht schon extrem um die eine Person. Und dadurch, dass ihr so viel Preis gebt, das sage ich ja auch, ich komme hierher und ich habe das Gefühl mit dir, über was rede ich jetzt mit dir. Weil das und das und das ist manchmal komisch, weil du weißt von mir gar nichts. Und ich weiß theoretisch, was du gestern gemacht hast. Weißt du, wie ich meine? Das ist schon merkwürdig. Und auch für die Leute wahrscheinlich, die euch so extrem folgen, weil die natürlich das Gefühl haben, sie kennen euch. Die Leute, die mich treffen, die kennen mich, da hast du recht. Und ich kenne sie nicht. Ich bin für die wie ein Homie-mäßig, aber für mich sind es fremde Menschen. Ich weiß nicht, was die gestern gemacht haben. Ich weiß nicht, wer die sind, wie alt die sind. Da stimme ich dir schon zu 100 Prozent zu. Schon interessant. Safe. Sascha, wie war es? So. Ich habe mit Sascha letztens, off-cam, letzte Woche, wir haben uns locker zehn Minuten mal schön entspannt unterhalten, oder? Hier, oder was? Ja. Ah, okay. Fahrt ihr jetzt gleich, oder bleibt ihr noch? Ich baller noch zurück wieder, ja. Ja? Ja, ja. Geil. Aber es ist auch ordentliche Schrecke immer, ne? 415 Kilometer. Du weißt doch sehr, ich habe gehört, du bist auch ein Autoliebhaber. Hast ein schönes Auto. In der Nacht. Ja, da kann es auch Spaß machen, aber 415 Prozent. Bist dreieinhalb trotzdem unterwegs, ne? Ja, wenn ich gut durchkomme, 2,50, drei Stunden, ja. Sehr gut. Brand hat erzählt, du hast einen Urus. Ja, im Moment, ja. Macht Spaß? Ich sage mal so, es macht finanziell momentan mehr Sinn, wenn du an sowas rankommst, als andere Dinge. Weil du es einfach viel, viel billiger fahren kannst, wenn du es rechtzeitig wieder abgibst, ne? Und da gehen dann noch viele andere Dinge mit ein, aber ist ganz cool. Aber ich bleibe auch dabei. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Es ist nichts, was man im Leben braucht. Also es macht einen nicht glücklich oder sonst was. Es ist eine Freude für einen Moment. Und es ist auch schön, wenn man da einsteigt. Und wenn man das zu schätzen weiß, wenn man, ich habe immer so einen kleinen Swiffer dabei. Jeden Morgen, wenn ich ins Auto steige, mache ich einmal kurz den ganzen Staub weg. Daran sieht man, glaube ich, dass ich das wertschätze. Aber es ist trotzdem, er ist eigentlich nichts jetzt so, was einen glücklicher an sich macht. Und man ist ja auch dann schon das ein oder andere Auto mehr gefahren. Ich sage mal so, am Ende des Tages bringt dich ein Auto von A nach B. Aber ich glaube, da können wir von uns alle reden. Ich fahre lieber im Ur-Rusti-Strecke als in den Peugeot 206. Aber am Ende des Tages bringt mich der Peugeot 206 auch sicher und trocken nach Hause. Autos sind halt einfach ein Männerspielzeug, finde ich. Also gerade hochmotorisiert aus. Natürlich gibt es auch viele Frauen, die das enjoyen. Aber ich denke so, ein V8-Motor mit 600 PS ist schon sehr männlich. Mit dem Urus machst du nichts verkehrt gerade aktuell, ne? Normalerweise 0 Euro. Also gehe ich von aus. Ja, ich habe keinen Urus. Ich weiß aber, was du fährst, ne? Fährst du ein GLS, ne? Aber du bist die S-Klasse jetzt grobe gefahren, ne? Ne, habe ich mir bestellt gerade. Also habe ich mir geholt, ja. Ja, cool. Ist auch ein gutes Auto, wobei ich auch bei euch, ja. Ich weiß, Chat und Leute, ihr freut euch immer, wenn sie alles mitteilen. Aber bei Auto wäre ich vorsichtig. Ich weiß nicht. Mit sagen, was man hat? Ja. Wie es aussieht. Ja, also verheimlichen ist eher schwer, ja. Ja? Ja, ja, schon. Aber inwiefern meinst du verheimlichen? Oder nicht kommunizieren? Ja, beim Auto, also ich habe eben auch mit Simon gesprochen. Gamer Brother. Ja. Dem ist ja gerade ein Reifen geplatzt. Und es ist, also es kommt ja auch das ein oder andere Mal vor, auch gerade bei Fußballern, dass so ein Reifen mal angestochen wird oder so. Und du dann, ähm, das erst auf der Autobahn merkst. Und dann wird es gefährlich, ne? Ja, da habe ich Glück, ich habe Garage, so. Aber mir haben die Schweine versucht, meine Auspuffrohre zu klauen beim GLS, ja? Ne. Ja, ja. Hinten meine ganze Schürze ist am Flattern. Habt ihr, äh, sag mal, Lieblingsspieler bei euch in der Mannschaft? Ich habe schon echt ein bisschen geguckt. Boah, schwierig. Also ich, wenn ich ehrlich bin, weil ich es auch einfach selber fühle, ist Reiche mein Liebling, mein Torwart. Ja? Ja, ich bin halt auch, wenn ich früher selber gespielt habe, war ich im Tor. Ich komme ja auch aus der Zeit, wo ein Olli noch im Tor stand und so. Und ich bin schon sehr auf Reiche mit so, also, den finde ich geil. Habt ihr einen Ex-Profi dabei? Jetzt bei uns im Team als Fest? Nein. Ne, ne? Wer war Wildcard heute? Christian Eckerlin hat gegen euch gespielt. Genau, ich habe den Namen gerade vergessen. Boah, wie hieß er denn nochmal? Sagt Bagajet. Beister, ah. Schreibt schon rein. Maxi Beister, ne? Oder ist der Fest bei euch? Maxi Beister, gegen den habe ich sogar gespielt. Mainz und HSV, ja. Und Ingolstadt. Chad, ist Beister bei uns? Der ist Fest, ja. Der ist Fest. King Orgy, genau, ja. Ja, ne, heute hatten wir einen großen dabei mit wirklich langen Kreten als Wildcard. Wie, wie? Ah, der 8. Ich glaube, der hat die Nummer 40 gehabt. Chad, welche Nummer hat der nochmal? Der 8 ist, ich glaube, der 8 kommt aus der Niederlande zurück. Der war gut. Der hat auch letztes Mal zwei Tore geschossen. Der hat heute auch getroffen, ne? Krasinitsch war heute da. Krasinitschki. Ja, ja. Ach, äh, Krasnitschi. Krasnitschi, ja. Das war, ich werde, aber ich persönlich habe es auch nicht mit dem Namen. Ich kann mir einfach unfassbar schwer merken. Ja, ist doch egal. Deine Uhr lächelt mich so an die ganze Zeit, ja? Ich habe einen kurzen Nähmäh an heute. Geht gar nicht drüber. Marke, ich kann nicht gerne connecten, wenn du möchtest. Nein, nein, ich bin sehr gut versorgt. Danke. Ja? Danke. Aber er macht dir Vertrauen in bessere Preise. Er wird dir 100% bessere Preise machen. Ja, ja, gut. Auch interessant, ja. Ich habe die auch bei ihm gezogen, aber mit arabischen. Ja? Ui. Ich muss dir sagen, äh, gut, Platiner sowieso sehr schwer, aber ich habe mich sehr an kleinere oder ein 130er Stahlmodelle schön leicht am Handgelenk. Bei mir ist 40. 40 ist meine Lieblingsgröße, ja. Bei mir ist so 48, so Arnold Schwarzen. Ja, ja, ja. Bei Sascha ist eher 36. Diese Uhr von früher, die war doch Weltklasse. Die haben wir alle mit 16 uns gewünscht. Willst du was trinken, zufälligerweise? Aber ich habe gehört, ne? Es ist was Neues auf dem Weg. Ja, ja. Hat mich eben dein Kollege instruiert. Ja, easy. Ihr könnt ja gleich euch connecten, dann schicken wir dir einfach was ganz unverbindlich rüber, wenn du Bock hast. Also ist ja ganz entspannter Rino. Gar kein Problem. Und wenn du keinen Bock drauf hast, verschenkst du es einfach an Freunde. Welche ist deine Lieblings von den neun? Boah, ich tue mich da immer sehr schwer, mich festzulegen. Ich würde aber schon sagen, dass Joonberry Jam mein Favorite ist. Alleine schon die Dose vom Optischen, diesen Lila Touren mag ich sehr gerne. Meine Lieblingsfarbe. Lila ist eine unfassbar schöne Name. Und alles was mit Traube und so, ist auch lecker. Ja, aber ich finde alle geil, der. Kannst du davon jetzt mal, Realtor, kannst du davon mehrere an einem Abend trinken und abends schlafen? Ich habe zwei Stück schon getrunken jetzt, ja. Echt? Und dann bekommst du klar? Nee, mir geht gerade einer ab, also bei mir dreht sich's, ja. Ja, ja schon. Zwei Stück hintereinander ist schon, da ist ja auch das Maximum an Koffein drin, ne? Ja, 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 habe ich gelesen. Ja, also zwei Stück ist schon ein bisschen strong jetzt gerade, aber die neue, das war, also ich sag dir auch so, das war am Anfang, als wir die ersten Sorten released haben, war es bei mir auch so. Habe ich eben schon zwei Dosen getrunken, privat zwei Dosen, da hat sich's bei mir gedreht manchmal. Eine Dose am Tag ist eigentlich am besten, so, für mich jetzt, ne? Ja. Gut. Okay, was steht heute noch an, noch hier ein bisschen abstellen? Ich schaue noch ein bisschen, Martin Harnik ist heute da, den habe ich in Hannover zusammen gespielt und ist ein guter Freund von mir, ich würde das eigentlich gerne sehen, aber die spielen, glaube ich, ganz spät. Du bleibst auch nur noch eine Stunde oder so? Ja, ungefähr, ja. Ich war letztens bei Harnik sogar in Hamburg in seiner Golfanlage. Stimmt, hat er gepostet, ne? Genau, richtig, ja. In diesem Eisen, ne? Genau. Das ist cool, da hat er sich mit selbstständig gemacht, das ist eine geile Sache. Sehr cooler Typ, auch ein Urgestein, finde ich, aus dem deutschen Fußball, ich wusste das gar nicht, wir waren unterwegs, erst haben wir Anzüge uns angezogen, hat mein Kollege Breitenberg das geklärt, da kommen wir da hin und dann denke ich mir, woher kenne ich das Gesicht? Ja, ja. Und dann sage ich, ah, ich bin der und ich sage, ey, cool, und heute ist er hier, ganz lustig. Ach, und du warst da zum Spielen? Wir haben ein bisschen gespielt, ja, genau, ganz lustig, haben Pizza gegessen, war sehr entspannt, also, richtig cool, ja? Ich finde die Idee auch geil, weil es gibt sowas ja, Bowling und sowas alles, aber Indoor-Golf ist schon clever. Ja, und auch cool einfach so, nach seiner Fußballkehre, dann noch etwas zu haben, so Aufgabentechnisch, also ich sage nicht, dass es die Leute nicht haben, aber es ist cool. Ich glaube, das braucht man auch. Hundertprozentig, ja? Also jeder, mit dem ich so spreche, der mittlerweile aufgehört hat, der sagt, ey, Philipp, glaub mir, ein, zwei Jahre geht das gut und dann sitzt du auf heißen Kohlen und musst du wieder was machen, brauchst du einfach eine Berufung für dein Leben und, ja gut, wer weiß, vielleicht wird es bei dir auch irgendwann mal so sein. Ja, ich werde, ich glaube, ich werde das mein Leben lang machen, sage ich dir ehrlich. Ja, schon, ich habe auch, was soll ich sonst machen? Normal arbeiten, auf gar keinen Fall und irgendwann wird man es vielleicht reduzieren, aber ich wüsste jetzt gerade keinen Grund, warum ich mit Mitte 40, Anfang 50 nicht noch ab und an mal den Stream anschmeißen sollte, weißt du? Ja klar, warum nicht? Vielleicht mache ich dann keine Fortnite-Videos mehr, so weißt du, wie ich meine, aber... Wirst du dann auch ein Alleinstellungsmerkmal wieder haben, ist ja so. Safe, also... Suchtbereit. Wer ist Kieskauer, ist ein Mod von dir? Kieskauer ist, ach Digga, Kieskauer ist ein langjähriger Supporter, streamt selber auch, guter Typ, ja. Ja, geil. Hässlich wie die Nacht, streamt immer ohne Facecam. Okay, war auf jeden Fall einer der Lustigsten hier im Chat heute. Ah, sag es nicht zu laut, da bildet er sich einen drauf ein. Geil. Okay, ey, hat mich sehr gefreut. Ich komme nochmal kurz mit raus, wir connecten uns nochmal, tippst kurz deine Nummer ein, ich komme sofort wieder Chat. Korrekt. Chat, ciao. Komm sofort wieder Chat. So, jetzt haben wir hier den nächsten Stargast, Digga, heute ist ja hier richtig Hotbox, Alter. Hotbox. Die ist wirklich Hotbox. Bei uns ist es der richtige Hotbox, Digga. Hello, hello. Was geht? Ehrlich? Ey Sascha, jetzt, nein, jetzt machen wir es aber so, jetzt setzt du dich hier hin. Die ganze Zeit saß ich hier schon auf der Top-Position, jetzt setze ich mich mal nach außen. Hey, dass du gespielt hast, ich will wissen, warum du gespielt hast erstmal am Anfang. Also, als allererstes, ich war ja früher Fußballer, das weißt du ja gar nicht schon wieder, ne? Ne, ey Chat, lass erstmal ein Hallo an Christian. Hallöchen. Geil, dass du da bist, du warst früher Fußballer. Ja, vor meiner MMA-Karriere habe ich 3. Delegier gespielt, ja. Hä, aber wie, hast du deinen Kampfsport schon parallel gemacht? Ich habe immer parallel geboxt, ne? Weil, ich weiß, ich habe mir nur sagen lassen, dass wenn du Fußball spielst, das für den Kampfsport und für die Dehnung gerade im Leistenbereich gar nicht so praktisch sein soll. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ja, okay. Ich weiß es nicht. Gut. Aber passt schon, es passt schon, passt schon. Ja, aber krass, Pietro meinte, du hast am 4.5. den Kampf. 4.5., ihr seid alle eingeladen, jetzt ist er natürlich wieder weg, wenn es drauf ankommt. Aber, wenn ihr wollt, seid eingeladen. Danke, aber du hast am 4.5. den Kampf und dann kickst du hier? Ja, ist ja noch genug Zeit. Aber die Jungs gehen doch hart ran, hast du keine Angst? Nö, aber der eine oder andere nimmt das schon ganz schön ernst hier, muss man sagen. Ja, ja, 100%. 100%. Wahnsinn. Wir haben ja gegen euer Team verloren, leider, ne? Ey, das war unser erster Sieg. Na gut, was das jetzt heißen soll, weiß ich auch nicht, aber gut. An mir hat es nicht gelegen. Ich habe gute Resonanz heute gehabt, von daher passt das. Einer fragt, Vorbereitung läuft für Kampf? Seit heute. Ja, ehrlich, wirklich. Nein, ehrlich, ich habe heute Morgen bei mir im Gym trainiert, jetzt heute Abend hier. Morgen geht es ganz normal weiter. Vorbereitung startet, okay, jetzt haben wir Anfang ca. Februar. Wir haben elf Wochen, ganz genau. Ja, genau, elf Wochen. Ja. Elf Wochen Vorbereitung. Zweimal, einmal am Tag Training. So Step by Step, ich sage es mal immer so, drei Wochen, einmal am Tag Training und dann geht es so langsam, so die letzten acht, sieben, acht Wochen zweimal am Tag, ja. Wir müssen das Nasenspray da. Das ist von Marcel. Geil. Dankeschön. An der Stelle. Das ist kein Problem. Gerne. Das ist kein Problem. Wenn du das bist. Wie ekelhaft, warum denn ekelhaft? Das sind doch alles Brüder hier. Habe ich gehört, oder? Ja. Oh, Mann. Ey, krass. Das ist komplett Programm. Komplett Programm, ja. Das ist komplett Programm, ja, ja. Wenn, was Marcel hat, muss gut sein und Marcel hat bestimmt gesagt, gib mir das, was er am meisten zieht. Jetzt du, Sascha, nee, ich habe noch nie richtig Nasenspray benutzt in meinem Leben. Ich finde, es brennt zu sehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nach meinem letzten Kampf war die Wand hier drin, ist jetzt so, ne? Ja. Und irgendwie geht, wenn ich draußen bin, ist die Nase frei, komme ich rein, geht die Nase einfach zu. Ey, das ist, bei MMA ist, ne, für die meisten, die wissen es wahrscheinlich, ich bin ein bisschen unerfahrener, was MMA betrifft, da ist ja voll drauf, ne? Ja, also jede Technik, die der Kampfsport zu bieten hat, kannst du dort in dem Käfig theoretisch benutzen. Ja, ja. Ist ja so. Also egal, ob Fäuste. Fäuste, Beine, Boden, Ringen. Ja, ist krank. Ja, ist alles erlaubt, ja. Alle Kampfsportarten fließen damit ein, ne? Aber würdest du sagen, es gibt eine Kampfsportart, die dir am meisten Vorteile bringt, zum Beispiel Ringen, weil du halt grifftechnisch... Das ist schwer zu sagen. Früher konnte man es so sagen, so ein Ringer hat natürlich Vorteile gehabt, gegen jemanden zu kämpfen, der nur ein Boxer war. Der hat den runtergeholt, aber heute ist es so, der Sport ist so dynamisch, so breit geworden, das ist, ja, das kann man nicht mehr so sagen. Okay, aber das ist ja... Wir kämpfen gegen niemanden, wenn ich das sehe, dann muss ich lachen. Ich habe Interview am Samstag gehabt, im Käfig, hat mich jemand rausgefordert, der hat mich gefragt, nimmst du die Herausforderung? Da habe ich gesagt, natürlich, wir kämpfen, ne, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war der zweite Spruch, wir kämpfen gegen niemanden. Und dann habe ich den Faden so verloren, weil ich gewusst habe, dass ich mich versprochen habe, und da habe ich gesagt, auf geht's, los geht's jetzt. Aber man muss ja auch über sich selber lachen können. Pietro ist größter Fan, kann ich sagen. Ja, na klar, immer. Da haben wir alle kämpfen dabei. Nimm den mal mit ins Training. Besser wäre es wie ihn. Musst du auf Diät oder musst du abnehmen, Neha? Ja. Ich kämpfe auf 77 oder, mal gucken, vielleicht 80 Kilo. Ich habe jetzt so 91. Warte, 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 warte. Du nimmst in elf Wochen zehn Kilo ab? Ja. Mit diesem Entwässern oder wie läuft es bei dir? Genau, in erster Linie über Diät, übers Essen. Und dann halt die letzten, denke ich mal, so viereinhalb Kilo, wenn es gut läuft, dreieinhalb Kilo, dann über Wasser. Digger, Chat, habt ihr das schon mal gesehen, was bei manchen abgeht, wenn die zum Wiegen kommen, wie die aussehen und dann im Kampf aber komplett wieder da sind und zwischen Wiegen und Kampf liegt auch eine Nacht? Ja, 24 Stunden, so sagt man, ja, ganz genau. Das ist so krass, das ist übel krass, ne? Das ist auch für die Gesundheit, sei mal ganz ehrlich, das ist gar nicht so ohne. Ja, wenn, natürlich, wenn du sowas machst ohne Anleitung, ne, dann ist es natürlich gefährlich, aber wie gesagt, ich kämpfe jetzt schon 16 Jahre, ja, ungefähr. Ja, manche machen zehn Kilo an einem Tag, das stimmt, ja. Aber, wie gesagt, nach meiner Karriere will ich ja auch so in das Thema eingehen, dass man vielleicht die Gewichtsklassen wechselt, dass man nicht so viel Gewicht machen muss, weil es geht wirklich auf die Gesundheit, ne? Jede, jedes Gewicht machen von, also jeden Mal, das wird immer schwieriger und der Körper zerrt halt dran, ne? Wo ist der Kampf jetzt am 4. und 5.? In der Festhalle, bei mir in Frankfurt, genau. Geil. Ja, geil. Brutalste Stimmung. Ja, glaube ich. Und wie oft, das gibt wahrscheinlich nicht so, jetzt in genauen Kalender, aber wie oft würdest du schätzen, hast du Kämpfe im Jahr? Ich sag mal, wenn es normal läuft zwei, wenn es sehr, sehr gut läuft, dann drei, aber dann ist schon Ende. Dann muss ich auch sagen, da bin ich aus dem Alter raus, wo ich noch 26, 25 war, habe ich viermal gekämpft im Jahr, so. Aber das kann ich leider nicht mehr abreißen, ne? Was kostet Eintritt? Das ist eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. Das ist eine sehr gute Frage, das weiß ich selber nicht. Ja, klar. Aber ich habe auf jeden Fall, ich sag dir ehrlich, ich finde es echt krass. Aber du hast doch eine Erfahrung schon gehabt, ne? Mit mir, mit dem Boxen, wir haben jetzt geboxt und so weiter. Ja, wir haben schon mal geboxt, ja. Jeder, das ist auch immer so eine Sache. Manche Leute, oder wie es jetzt hier ist beim Fußball, ne? Die sagen, boah, ja, Fußball, ja, blablabla, aber mach es erst mal. Weißt du? Ja, ja, hundert Prozent. Das ist das. Hundert Prozent. Also, als wir gegeneinander geboxt haben, es war schon witzig. Ja. Ich hatte wirklich drei blaue Flecke am Bauch. Ich weiß nicht, du hast ja nicht hart zugeschlagen, den Bauch nicht. Aber wenn der Körper das nicht kämpft, dann woher auch, ne? Naja, ich gehe ans Kickboxen, also. Ach so gehst du ja. Aber ich kriege Kicks gegen den Kopf, halt. Selten hätte ich irgendwie am Bauch getroffen, ne? Keine Ahnung. Kickboxen, ne? Ja. Äh, hast du, Sascha, hast du sein, was, GT3 gesehen? Ja, ich habe einen GT3 S Gold, ja. Wie? War der schon von Porsche direkt, oder? Ja, ja. Und ein Audi. Glückwunsch. Ja, genau, den haben wir auch noch geholt. Der kratzte Felgen. Also, hast du sowas schon mal gesehen? Nee. Auslieferung, als wäre jemand gegen Bordschein gefahren. Bei Audi, im Werk. Ja, aber was macht er, wie, aber die wollten ja dir nicht unkommentiert so das Auto geben, oder? Also, in erster Linie war es so. Die Frau Serien, meine Autoverkäuferin des Vertrauens, hat es gesehen. Ich hätte es niemals gesehen, glaube ich. Du guckst ja nicht, du guckst auf die Felgen, das ist schon krass. Die guckt so, macht das, ist ein Kratzer. Hä, aber wie soll das funktionieren? Ja. Wie soll das funktionieren, dass ein Auto, Kratzer hat, bei der Auslieferung, das Auto kommt ja nie mit null Kilometer, arbeitet hier jemand in einem Autohaus oder weißt du das, auch deinen Porsche, den du jetzt geholt hast, der hat ja gewisse Kilometer drauf. 40 Kilometer oder so hat der drauf, ja. Ja, beim Abladen, oh, das ist schlau, beim Abladen, weil dein Auto wird ja gebaut und wird dann dahin gefahren, wo das ausgeliefert wird, ne? Nee, da ist ja das Werk. Ich habe es ja im Werk abgeholt. Ich weiß nicht, wo das ist, bei Stuttgart da unten irgendwo, aber nicht Stuttgart direkt, sondern irgendwo da im Werk, keine Ahnung. Den GT3? Nee, 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 den Audi. Nee, nee, den R7, ja. Nee, warte, aber Audi ist doch, wo ist das Werk? Heilbronn? Nee, aber die Richtung, das ist, vielleicht weiß das jemand. Nee, Ingolstadt auch nicht, nee, nee, es gibt noch was hier, Neckarsulm. Neckarsulm, das ist bei Heilbronn? Kann das sein? Das ist irgendwo da unten, ja. Aber das war schon krass. Frechheit, Digga. Das habe ich noch nie gehört. Ich weiß nur, dass mal... Aber die haben mich so wegfahren lassen, ne? Das ist krank. Aber dann, ja, die lassen dich so wegfahren, aber du kriegst direkt Termin für neue. Ja. Ja, ich habe mal meinen Eltern ein Auto gekauft und da hatte die Windschutzscheibe einen Kratzer. Also einen Riss. Einen Riss. Gut, das ist ja noch okay, kann man sagen. Weißt du, wenn kalt warm, dann passiert das schnell. Du fährst über ein Ding, dann passiert das. Aber ein Kratzer an der Felge, bei einem nagelneuen Auto, eben weg. Ja, stimmt. Das ist schon ein bisschen komisch. Aber wir haben es eben gerade gesagt, vierte, fünfte kämpflich in Frankfurt. Bist du mein Gast? Klar, du kommst ja auch, wie immer. Sitz, machen wir einen schönen Abend. Wenn du Bock hast. Bei mir, also bei Frankfurt in der Festhalle. Wenn du eine Zeit hast, sehr gerne. Ja, okay. Wir können uns ja nochmal connecten nochmal auslusten. Genau, machen wir. Jawohl. Ich habe da auch noch nichts vor. Vor allem Frankfurt, Frankfurt für mich ist ja super, ne? Zwei Stunden. Wo kommst du her? Stuttgart. Na ja, dann. Die haben so, also ich sage, ich will mich jetzt nicht hier vorheben. Die haben gesagt, es war heute, wie sagt man, das Lichtlein am Ende des Tunnels, das ich mitgespielt habe. Nächste Woche schauen wir mal, wie es läuft. Ich bin nächste Woche wieder dabei. Haben mich direkt eingekauft. Nächste Woche sind wir beide da eigentlich da. Ne, oder? Ne, wir sind beide nicht da. Dicke, warte mal, du hast Kampfvorbereitung und kommst hier kicken? Ja, wir sind kicken, geht doch. Du hast, ja, okay, ja klar. Also wenn man noch zweimal, 15 Minuten nicht mehr hinkriegt, dann muss man ganz aufhören. Ja, ehrlich. Ich hab mich mal zweimal ein. Das ist auch mal ein bisschen eine Ansage an alle Profispieler, die hier reinkommen von deutschen Vereinen und auch wichtig machen. Ja, geht nicht. Mein Verein, guck mal hier. Der Typ ist Kämpfer, der kommt hier kicken. Warte, vielen Dank, mein Lieber. Mich auch. Wir sehen uns spätestens am 4.5. Nächste Woche seid ihr nicht da. Ja, nächste Woche sind wir nicht da. Jawohl. Aber bist du nochmal da? Ich bin nächstes Mal da, ja. Ja, unabhängig von nächster Woche. Ja, ich denke, die haben, so wie sie es jetzt gesagt haben, werden sie mich in die Mannschaft holen. Ah, okay. Das ist geil, ja. Okay, Chad, also gleich kommt noch Poldi vorbei. Dann, nee, ich gehe. Zurückhalten. Ich gehe. Sagst du das? Zurückhalten. Wenn Poldi kommt, ich gehe wieder. Du wirst andere Positionen annehmen, ich bin eher der Redner, dann würde ich sagen. Nicht, dass ihr wieder Stress macht. Ich gehe. Ripp Nasenspray, was habt ihr mit meinem Nasenspray gemacht? Deinen Nasenspray benutzt. Der hat so gemacht, gewischt und wieder gewischt. Ah, easy, alles gut. Und danach werden wir langsam den Stream ausmachen. Also, nee, jetzt mal ehrlich, Poldi, der haut immer so auf die Schulter. Na? Ah, na, ich gehe. Ey, ich bin zu viel. Sascha setzt den rüber. Ich will da nicht Auto-Freaks. Sascha hat Redeverbot. Sascha, ne? Das geht, alles klar. So, ja, das Mikrofon muss man so relativ nah vor den Mund machen. Du kannst die Kopfhörer aufsetzen, dann hörst du dein zerrtes Stimmchen selber. Wann ist das raus oder wie, echt jetzt? Sascha hat letztes Mal ein bisschen vergeigt. Sascha hat Angst, glaube ich. Ja, ja. Wie geht's dir? Bei mir alles top. Wie habt ihr gespielt? Ihr habt verloren, glaube ich, oder? Mein Team hat gewonnen am Wochenende, aber hier mein Team in der Borle League hat verloren. Erste Niederlage für euch? Ja. Okay. Habt ihr schon gespielt? Wir haben das erste Spiel heute gehabt. Und? Wir haben gewonnen, das erste Mal. Glückwunsch, Männer. Glückwunsch. Wisst ihr, geht doch, oder? Geil, ja, safe. Also, war ein cooles Gefühl, endlich mal. Viertes Spiel, erstes Mal gewonnen. Habt ihr einen Punkt gehabt davor, ne? Mhm. Aber heute hat es Spaß gemacht. Heute waren Emotionen dabei. Wir drücken uns ein bisschen auf die Pelle. Fünf Punkte haben wir. Vier Punkte. Vier. Wir haben sieben. Naja, sind wir noch weit entfernt. Aber wir spielen noch gegeneinander, oder? Hundertprozentig, ja. Müssen wir mal ein kleines Side-Bet machen. Um eine schöne Patek. Ja, oder im Auto, oder? Ich hab ja einige, ne, Sascha, oder? Das letzte Mal ein Running Gag gewesen, dann so ein bisschen. Nein, war doch Spaß, Sascha, weißt du doch. Überdehnt, oder? Angebrochen, glaube ich. Steckst du weg, easy, ja? Easy, genau. Geil, ja. Genau, ne? Du kennst doch, Sascha, oder? Sascha ist genau der richtige Gesprächspartner für sowas. Ey, ich rede über sowas. Wer hat das vorher noch? Über Arschbauer und so? Boah, hör auf, ey. Kennst du das Sprichwort nicht, Poldi? Arschbauer sind wichtig und richtig. Arschbauer kenne ich aus der Jugend. Siehste, jeder hat früher einen Arschbauer bekommen, oder? Ich hab keinen bekommen, ich kenne einen. Du hast auch einen Arschbauer früher in der Jugend bekommen von irgendjemandem. Nein, 100% nicht. Ich bin mit guten Jungs aufgewachsen. Also, ich habe auf jeden Fall Arschbauer verteilt, aber auch mal einen kassiert. Also, mehr verteilt oder mehr kassiert? Mehr verteilt, safe, ja. Ja, 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 ja. Sascha, hier von der Ecke. Mann, hörst du nur die Story und stellst dich das so wildlich vor und der arme Junge konnte sich nicht helfen. Der arme Italiener, der Davide. Davide, Grüße gehen raus an dich. Wie zufrieden bist du mit der Bauer League, von der Entwicklung, von der Performance? Ja, ich denke, Feedback ist gut, ist geil von den Leuten. Immer mehr Leute wollen mitmachen. Sponsoren, Spieler und so weiter immer mal anfragen. Immer mehr ist los. Aber ich glaube, so richtig kann man das analysieren, wenn das Ding vorbei ist. Dass man sich mal hinsetzt und sagt, was war gut, was war... Was war Scheiße, was kann man besser machen und so weiter. Safe. Weil das Ding ist neu und immer, wenn irgendwas neu ist, gibt es halt immer Fehler passieren. Es gibt natürlich auch gute Sachen, aber ich glaube, so ein reines Feedback kann ich dir irgendwie sagen, wenn das Ding vorbei ist. Ich denke auch, dass wir langsam erstmal miteinander wachsen werden und von Spieltag zu Spieltag ein wenig dazulernen. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja Regeln, die dann vielleicht ein bisschen angepasst werden und so weiter. Also ich glaube, so einen richtigen Schlussstrich kann man dann ziehen nach der Saison und dann kann man die nächste Saison besser planen, so lassen oder wie auch immer. Aber bis jetzt das Feedback, was ich von Leuten höre, ist top. Auch immer wieder Sponsoren wollen mitmachen. Immer mehr Leute fragen an und das ist gut. Das ist perfekt. Der Rest muss man halt mal schauen. Ist neu das Ding, sowas gibt es noch nicht. Alles, was neu ist, braucht ein bisschen Zeit und alles andere gucken wir dann. Gibt es ja schon, muss man fairerweise sagen, aber nicht im deutschen oder europäischen Raum. Im deutschen Raum nicht, sind wir die Ersten und ja, macht Spaß. Auch das Entertainment drumherum, das Setup, mal ein paar andere Leute, nicht nur den Fokus auf Fußball legen, sondern ein bisschen cooler machen, ein paar andere Gäste mit dabei, nicht alles immer so steif und VIP, Krawatte, Anzug, sondern alles ein bisschen auf eine lockere Art und man kommt hier hin und hat Freude und ich bin jetzt heute das erste Mal von Anfang bis zum Ende da, weil ich davor immer weg musste und ja, man sagt das auf. Die Spiele gehen relativ schnell vorbei, es ist viel Action dabei, die Spieler geben Gas, man kann hier bei euch ein bisschen dummes Zeug erzählen und so weiter. Über Autos reden wir. Über Ersche reden wir, über den großen Onkel reden wir und diese Atmosphäre, das gefällt mir, so bin ich aufgewachsen. Ich komme, wie gesagt, von der Straße, bin glaube ich ein normaler Junge von der Straße und darum passt auch diese Border League so ein wenig zu mir. Ich finde es auch extrem geil. Man kann sich hier connecten. Wann hätte man die Möglichkeit mal gehabt, sich so zu connecten, hinzusetzen, ein bisschen ich bin krank, ich habe keinen Bock und so ist das alles auf einem Ort. Viele, viele coole Jungs kommen vorbei und man kann sich ein bisschen unterhalten. Auch nicht nur immer das Thema Fußball und wie waren die Spiele und was sagst du zu dem Team und was sagst du zu deiner Mannschaft, sondern auch mal über andere Dinge erzählen. Safe. Und man kann auch den Jungs da draußen mal was mitgeben und jetzt nicht nur über Fußball reden. Aber abseits, wie war das Tor, welche Spieler findest du gut und welche Regel ist geil, welche würdest du abschaffen, sondern auch mal über andere Dinge erzählen. Ballerst du heute noch zurück nach Polen? Nein, nein, morgen erst. Wie lange fliegst du oder fährst du? Ich fliege, ich fliege. Okay. Wie lange würdest du fahren mit dem Auto? Kommt dran auf, was für ein Auto, Sascha. Passt ja ein paar zur Auswahl. Sieben bis neun Stunden. Oh, nee, da würde ich auch fliegen. Ja, safe. Sieben bis neun Stunden ist schon relativ heavy. Fliegen ist eine Stunde, eineinhalb Stunden. Entspannt, ja. Ja, ja, fliegen ist geil. Also es ist gut. Gute Verbindung von Köln oder Dortmund oder wo auch immer. Kommst du ganz gut dahin. Ist man ja auch am Ende ein bisschen produktiver, wenn man in der kurzen Zeit fliegt. Aber Auto ab und zu, wenn es sein muss, wenn du irgendwie was transportieren musst oder sonst was, auch mal geil. Kannst du deine Dinge erledigen, ein Auto, ein paar Telefonate, irgendwie. Welches Auto würde Lukas Prodeutsch nehmen für eine sieben bis neun Stunden Strecke? Ein Geländewagen auf jeden Fall. Geländewagen muss jetzt kein Urus sein, kein schnelles Ding, sondern gemütlich, locker und kommt darauf an, natürlich mit denen du unterwegs bist. Wenn du alleine unterwegs bist, kann es auch was anderes sein. Aber wenn du eine Familie hast, dann nimmst du meistens ein Jeep oder sowas in der Richtung und dann brettest du eigentlich gemütlich runter. Wir sind ja auch heute mit meinem Geländewagen vorbeigekommen. Wie lange braucht ihr? Ich komme aus Hamburg. Fünf Stunden? Nee, wenn ich gut durchkomme, drei Stunden. Wenn ich schlecht durchkomme, wie jetzt vorhin, etwas über vier Stunden mit dem GS. Ja, geht, geht, geht. Macht Spaß eigentlich. Ja, ist okay. Schönes Auto. Ja, wir fahren über Hannover. Aber er wohnt normalerweise in Stuttgart. Oder er wohnt in Stuttgart. Komm Sascha, setz dich nochmal ein bisschen her. Kein dir nochmal. Doch, doch, doch. Mach dir nochmal ein bisschen Smalltalk. Doch, doch, Sascha. Sascha, komm Junge, komm jetzt, Mann. Komm, Sascha. Wir vertragen uns auch wieder, Sascha. Ja, wir vertragen uns. Wir vertragen uns wieder. Ja. Ja, du klopfst immer so hart auf die Schulter. Ich habe da immer einen Knacken drin. Ich habe gehört vom Monte, deine Schulter wäre ausgekugelt. Da habe ich sie nicht eingerenkt. Du hast es noch schlimmer gemacht. Ich war beim Chiropraktiker drei Tage später. Der hat gesagt, schlimm. Ich war auch. Du warst beim Chiropraktiker? Ja, ich war. Der hat mich eingerenkt. Zack, zack, zack. Aber du gehst da oft hin, oder? Ich habe einen in Köln, der ist ganz gut. Den kenne ich noch von meiner FC-Zeit. Immer wenn ich in Köln bin, wenn ich das schaffe, dann gehe ich vorbei. Und dann renkt er mich immer ein. Und dann ist es wieder gut. Du bist schon oft in Köln, oder? Familie halt auch hier, oder? Oder alles in Polen? Nein, es ist alles in Polen. Auch Geschwister oder so? Auch, nee, nee. Mama, Papa und so sind alles hier. Aber meine Kinder, meine Frau und so weiter sind immer mitgekommen. Also egal, ob ich jetzt in Japan war, in Istanbul oder sonst wo. Die Familie war immer mit. Ja, Sebastian hat mir erzählt, dass Istanbul anscheinend ganz geil war. Weil Sebastian, Revi, hat dich ja einmal da irgendwie besucht oder irgendwas. Der meinte, da war es halt, auch die Lebensqualität an sich war krass. Ja, das Problem ist, die Leute sind ja immer nur für ein paar Tage da. Für ein paar Tage ist immer irgendwas geil und cool oder für eine Woche. Oder wenn du irgendwo in den Urlaub fliegst, sagst du, boah, geil, Thailand oder sonst wo. Boah, überragend, musst du da hin. Aber das Leben mit der Familie oder dem Alltag, das ist dann nochmal was anderes. Nicht, dass ich sage, irgendwie, das ist schlecht, sondern das muss man einfach anders bewerten. Ja, aber dann ist ja in jeder Stadt, das theoretisch gleich, oder? Wohl, wenn du eine Familie hast, ja. Die Abläufe sind relativ gleich, also klar. Du spielst Fußball, deine Kinder gehen zur Schule und dein Tagesablauf ist quasi als Fußballer quasi eigentlich strukturiert, durchgeplant. Ja, aber auch wichtig, dass man weiß, die Kinder brauchen ja irgendwo eine Basis eigentlich, oder? Oder fühlen die sich wohl mit dem? Das ist immer eine Lebenseinstellung von Leuten, da will ich auch nichts befürworten, was besser ist, was schlechter ist. Also meine Kinder können drei, vier Sprachen, waren in verschiedenen Ländern, haben verschiedene Kulturen kennenlernen. Ich denke, auch was Positives und das würde ich auch genau nochmal so machen. Aber wie gesagt, wenn du da irgendwo nach Japan, Istanbul, klar, mega. Japan ist doch auch, Japan muss frucht gewesen sein. Japan ist auch mega. Ich hatte das Glück, dass ich immer an coolen Orten war, an natürlich coolen Vereinen, aber umso auch wichtiger für mich und die Familie war auch immer, dass du in coolen Städten warst. Und eine gewisse Lebensqualität auch immer hattest. Weil, wie ich gesagt habe, immer irgendwo eine Woche hinfliegen, Urlaub ist immer geil, aber irgendwo mal zwei, drei Jahre zu sein, die ganze Kultur, die Leute kennenzulernen. Ich glaube, das ist auch ganz cool. Ja, voll. Japan, ich war da für, ich glaube, eine Woche. Tokio? Tokio, Osaka und Kyoto. Ah, okay. Ja, das war übergeil. Aber auch, weil die Menschen halt höflich sind, da hat alles irgendwie Struktur. Du gehst, du hast zwar das Gefühl, du könntest da verloren gehen, aber es passiert nicht wirklich. Ich meine, Sicherheit ist da top, alles sauber, die Kultur und so weiter, die Disziplin der Japaner. Also wir haben uns da auch sehr, sehr wohl gefühlt, Japan auf jeden Fall. Okay, ich habe jetzt hier noch eine Frage und ich rede quasi auch in dem Wort von, also im Sinne vom Chat. Du hast ja Mangal, x Lukas Podolski, den Dönerladen, mehrere auch in Köln. Was ist los mit den Preisen? Was kostet gerade ein Döner? Äh, ich glaube, 97. Aber, aber, was kostet eine Margarita, wenn du in den Pizzaladen gehst? Die zahlt sich schon an die 10, glaube ich. Wirklich? Oder, oder sagen wir mal dasselbe, aber da hast du Teig, da hast du Tomatensauce und ein bisschen Käse drauf. Ja, aber der Döner bei euch ist gut, weißt du deswegen? Ich glaube, der Döner ist sowieso noch viel zu billig, der muss, der muss, der muss teurer sein. Ja, wo, wo siehst, wo siehst, wo siehst du deinen Döner preistechnisch? Nein, aber, 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 aber die, die Leute wachsen ja immer in den Preisen auf, wie damals unserer Jugend vielleicht, die sagen, oh D-Mark, früher hat ein Döner 5 Mark gekostet, jetzt kostet der 8 Euro. Also das ist ja nicht mehr so der Fall, also die Preise sind ja auch überall gestiegen, also das ist ja bei uns auch der Fall. Ja, wenn du dir gerade überlegst, dass ein Döner 15 Mark kostet. Ja gut, aber ist ja so diese Leute, diese Einstellung, Lukas Podolski hat es ja, er soll einen Döner billig machen, damit es sich jeder leisten kann. Ne, das sag ich gar nicht. Ne, ich würde nur. Nicht du, aber es ist so, die, die vielleicht, die Wahrnehmung der Leute da draußen. Ja, weil ich habe in dem Laden schon gearbeitet. Ich weiß. Ja. Mit ein paar Leuten. Ich stand da drin. Du hast den Laden auseinandergenommen. Nein, wir haben, Sebastian hat die Kasse verkackt, ja. Ja, also buchhaltungstechnisch bei der nächsten Steuerprüfung könntest du da vielleicht für den Tag ein paar Probleme geben. Ich habe ja deine Adresse, die bekomme ich von der Baller League. Meine private Adresse? Alles, ich habe alles von dir, alles. Aber kannst du noch ändern, wenn du schnell bist. Nein, nein, du hast keine Zeit, um nach Stuttgart zu gehen. Nein, aber nochmals, sag mal, wenn du McDonalds, McDrive fährst und da dir eine Tüte bestellst, da zahlst du genau denselben Sch*** oder teurer. Teurer. Und da hast du Sch*** essen, da hast du nicht die Qualität und da zahlst du auch für einen Hamburger und ein Getränk, bist du auch mit 7, 8 oder 10 Euro mit dabei. Mehr, 11 Euro, glaube ich. 11 oder 12 Euro kosten wir dabei im Menü. Also darum, weißt du, werde ich immer einspringen, dass der Döner immer noch seinen Preisen gerechtfertigt und dass der genauso auch sein muss. Ja, dass das Gemüse auch geil ist, ne? Und der Geschmackqualität ist was anderes. Also ich sage ja immer, wenn bei mir ja einer Essen kommt und es schmeckt nicht, dann geht es zum Mustafar gegenüber oder zum Ahmed. Also habe ich ja auch kein Problem mit. Also ich sage ja nicht, also auf jeden Fall. Also 57 ist eigentlich ein angemesserer Preis. Wenn du siehst, wie ich gerade das Beispiel gesagt habe, McDonalds Burger King oder gehst in eine Pizzeria essen und bestellst in eine Margarita, dann zahlst du genauso. Und da hast du Teig, da hast du ein bisschen Tomatensauce, ein bisschen Käse und da musst du mal den EK mit dem VK vergleichen. Ja, vor allem euer Gemüse ist ja auch frisch. Gemüse ist frisch, Fleisch ist in einer guten Qualität und frisches Brot ist... Ja, das macht ihr hinten, ja, habe ich gesehen. Ist gebacken, also ich denke, die Qualität der Läden, die Sauberkeit und so weiter, das hat auch seinen Preis. Hat mein Kollege den Namen schon getestet? Holle, weißt du das? Nee, kennst du den? Nein, 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 nein. 100 Tester? Ja, ja. Ja, dann 100 Prozent, dann war der da, 100 Prozent. Würde dich mal interessieren. Chet, weiß jemand, was Holger dem gegeben hat? Hat er, er war da. Holger, Holger, Holger. Ja, Holle oder Holger? Holle. 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 Holle 2614. Holle war schon da, das schreibt einer. Was hat er gesagt? 4 von 10. 4 von 10. Ja, ist halt so. Ja gut, ist ja auch immer Geschmackssache. Nein, nein, 4 von 10 kann ich sagen. Einer schreibt 8. Aber ich sage dir ehrlich, 57 ist ein absolut fairer Preis. Du hast vollkommen recht, bei Mekets kosten wir nur über 10er mit. Ja, 100 Prozent. Also auch andere Sachen. Also die Preise werden ja auch heutzutage irgendwie in die Preise geschossen. Getränke technisch, was für einen Energy habt ihr bei euch im Laden, weißt du das? Wir haben keinen, glaube ich, nein. Oha, dann wäre ja noch Fläche da für ein gewisses Getränk. Das ist noch eine Marktlücke bei uns. Naja, die kann man ja auch füllen. Ja klar, also ist immer eine Preisfrage, ne Sascha? Wie meinst du das? Naja, weißt du doch, ne? Naja. Off the Records machen wir das alles. Wir haben gute Preise für dich. Ja? Naja, ich gebe dir nach Stream Nummer. Ja? Ja, ja. Aber die richtige Nummer? Ja, ja. Ja? Klar. Alles klar. Natürlich. Dann können wir das aushandeln. Wenn ihr noch kein Energy habt, dann wird es Zeit. Wir bringen drei neue Geschmäcker raus, weißt du? Wir können über alles sprechen, Sascha. Es ist gut, dass ich auch mein eigener Boss bin. Es klang gerade so ein bisschen danach, als ob ich dir Geld geben müsste. Irgendwie komische, so der Ton war komisch. Ja? Nein, das ist so ein Vibe. Ich weiß nicht warum, aber es ist so ein bisschen... Sascha macht Kickboxen, muss ich dir sagen. Nein. Sascha hatte einen schönen Mantel heute an, habe ich gesehen. So ein Rieschen. Na, du sahst gut aus. Ich? Ja, so ready, so sportlich. So ready zum... Ja, weil du hast eine Cargo, deine Schuhe sind von Hummel, deine Jacke sah auch krass aus. Ich fand, du sahst aus, als ob du mit aufs Feld heute gehst. So ein Spieler, ne? Ja, aber du könntest ja spielen, oder? Äh, ich glaube schon, ja, ja. Und der Kurs, der Max, hat ja auch gespielt. Ja, ja, weil hier saß ja, hier sitzen manchmal auch noch... Also, Füllkrug war vorher da, der könnte ja niemals spielen. Aber ich weiß auch nicht, inwieweit dein Trainer dir dann Ärger gibt, wenn du hier spielen würdest. Also, ich habe die Dinge immer selber bestimmt. In meinem Leben, klar, muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Aber man lebt nur einmal. Man soll Dinge machen, ausprobieren. Wenn was passiert, dann passiert es halt. Also, was willst du machen? Ganz kurz, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern. Und Holle hat sieben von zehn gegeben. Ha! Warte, Sascha! Jetzt können wir über alles sprechen. Jetzt, beste Preis. Welchen Energie drängen meinst du, Sascha? Welches Getränk? Ja, welches Getränk meinst du? Hinter dir im Kühlschrank ist ein Paar. Warum hast du denn kein Angebot? Ja, du kannst... Du hast zwei Stunden hier bei dir und hast noch nichts angeboten. Willst du einen? Ja. Habt ihr nur große Dosen? Ja. Warum? Große Dosen für große Männer. Nein, aber das Konzept, warum große Dosen? Das Konzept dahinter ist relativ simpel, weil wir die beste Menge für den günstigsten Preis anbieten wollten. Und wir haben die jetzt auf dem Markt für 1,49. Ja, ist gut. So. Und wenn wir jetzt kleine Dosen rausbringen würden, müsste man den Preis so im Feld, dass es zu denen günstig man, dass es sich aber von dem, was du rauskommst, nicht lohnt. Das ist auch gut. Andererseits auch gut, weil keiner das macht in der Größe. Das ist auch nochmal gut. Oder? Oder wenige. Nicht so viel wie diese kleineren Dosen. Genau. Ich finde den großen gut für 1,49. Das ist überkrass. Ja, ich mag den auch. Ich mag den auch. Mein Favorit ist White Peach. Den finde ich aber auch gut. Ohne Siro, ne? Ja. Aber ich esse echt gut. Danke. Lecker. Ja, Marcel meinte auch, dass das mehr in die Richtung Limo gehen soll, dass du gar nicht mehr so richtig das Gefühl hast, dass du halt jetzt ein Energy konsumierst, sondern einfach eine geile Limo mit Kick. Energy hat ja immer so einen Nachgeschmack. Ja. Ja. Und der ist wirklich, der ist gut. Auch bei White Peach hast du ein geiles Gefühl. Wenn du 500, also Marcel hat vorher 1 Liter getrunken, der wird nicht um 3 Uhr schlafen. Doch, doch. Ich kann die Dinger auch vor dem Schlafen trinken. Das ist krass. Ich bin abgehört. Ich kann es nicht. Ja, bei mir auch. Wenn ich schneide, ich schneide meistens in der Nacht, einen davon trink, also einen ganzen, dann bin ich wach bis 6 Uhr. Also ich sehe auf jeden Fall die Sonne noch aufgehen. Das ist die Hauptsache. Und jetzt überleg mal das in Kombination mit einem geilen Döner, Dreifachsoße, Schaf, Joghurt. Poldi, du bist wirklich schneide. Bald neue Kooperation. Du willst Schauen jetzt hier zu? Äh, 37.000. Wenn er jetzt sowieso schon einträgt, könnte ich auch das Geschenk geben. Eigentlich wollte ich dir das außerhalb des Streams geben, weil es nicht so rüberkommen sollte, aber ich wollte es eigentlich für ein Geschenk. Nee, ich wollte es eigentlich, aber jetzt hast du sowieso eingekrunken. Oh, danke schön. Getränken drinne. Mit den neuen Sorten, ja. Den kennst du ja, glaube ich, auf die Marke. Ah, den reißen wir einmal. Jawohl. Das sind die ganz neuen jetzt, ja? Genau, richtig. Das muss man zeigen. Oh, danke schön hier. Sieht geil aus, oder nicht? Jawohl. Ja, die sind krass, aber nicht vergessen beim Finanzamt anzugeben. Hast du auch einbekommen, Sascha? Ja, ich habe den großbekommen. Wo seid ihr eigentlich in allen Supermärkten? Mittlerweile in über 10.000 Märkten Deutschlands. Okay. Tankstellen auch? Oh, überall. Oh, geil. Und du weißt ja selber, manche Leute, es gibt ja auch viele, viele Läden, die... Privat sind. Manche Leute habe ich auch schon gehört, nehmen das nicht, weil sie mich persönlich nicht mögen. Ja, sicher das ist ja... Wer kein Geschäft machen will, wer auch nicht. Aber wer hatte die Idee, du selber mit Getränken? Ja, also... Willst du nochmal dich hier hinsetzen, Marcel, für den Talk vielleicht? Mit einem Mike? Ach, ich gehe einfach ein bisschen lauter. Alles gut. Wir wollten ja immer, also ich wollte immer Getränke rausbringen. Ursprünglich war der Gedanke entweder Eistee oder Energy. Eistee hat dann zu dem Zeitpunkt jeder schon gehört. Und dann hatten wir einfach die Idee, okay, dann ist das naheliegendste Energy. Ich habe schon immer gerne Energy getrunken. Und dann weißt du, das ist von der Entstehung, von den Gedanken bis zur Umsetzung als kleines Team hat es dann halt auch nochmal zweieinhalb Jahre gedauert. Ist das deine Jungs hier, ja? Die Hauptjungs sind nicht da heute, aber die beiden sind auf jeden Fall von meinem Team. Ja, Zoe und Jan sind im Team Ganaji drin. Okay, geil, geil. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist so entstanden, weil du immer auch abends immer länger wach geblieben bist und immer Energy zum Zocken immer schön zack zack und dann hast du gedacht, wow, ich muss mal was eigenes machen. Genau, richtig, ja. Eigentlich wollte ich, also bin ich auch ehrlich, bin ich transparent, eigentlich wissen auch die Leute, wollte ich damals auch mit Coop, also es war im Gespräch eine Kooperation mit Monster und die haben mich zweimal gegen die Wand gefahren, so mäßig, indem sie nicht mehr geantwortet haben. Ist auch egal, alte Kamelle. Da hast du gesagt, ich mach alleine. Ja, oder mach ich einfach selber was. Genau, richtig, ja, ganz einfach. Na, geil, geil, geil. Und du weißt ja selber, wir sind auf unterschiedlichen Bereichen tätig, aber du weißt selber, macht Spaß. Wir machen ein geiles Produkt raus, entweder die Leute feiern es oder die lassen es bleiben, aber für die Leute, die es feiern und das sind natürlich dann auch Leute bei dir und auch bei mir, für die macht man das. Ja, ja, klar, klar, klar. Und wenn es dein eigenes ist, dann umso mehr dein Baby, dass du weißt, ich hab das mitentwickelt, das ist meins. Anstatt so eine Koop, machst du dann mit jemandem, das ist immer so, machst du was mit denen und nach nächstem Jahr sagen, na komm, kein Bock mehr, dann stehst du da, dann machst du lieber was eigenes. Und wir haben das halt auch selber gemacht, wir haben das nicht mit einem großen Partner wie Kronbach oder sozusagen gemacht, was ja auch möglich ist, sondern wir haben es wirklich aus eigener Kraft gemacht. Ja, ja, okay. Mit einem Invest und alles, das war schon sehr geil. Vor allem hättest du das mit Monster damals gemacht, die haben ja auch ihre, die haben ihre Sicht, wie die das haben wollen, die haben ihre Regeln. Sascha auf Energiesparmode. So hast du halt deine Regeln und du kannst es machen, wie du es willst. Ja, also ich bin ja auch immer ein Freund von so eigenen Dingen wie Döner oder meine Eisläden oder auch andere Dinge. Es ist immer cooler, weil du ein bisschen anders an das Thema angehst. Wenn du so eine Coop hast mit anderen Marken, da bist du immer so ein bisschen bestimmt von den Leuten. So kannst du dein eigener Boss sein. Das ist immer einfacher. Ja, krass ist, wenn du irgendwann so am Start bist, dass du wirklich alles selber hast. Du hast einen eigenen Supermarkt, du hast eine eigene Apotheke oder so, überleg mal. Ja, das ist ja schon, das ist ja schon lieber so, wie es ist. Okay, Entschuldigung. Oder was willst du denn in den Apotheken mit dem hier? Ja, das wäre für Marcel gesprochen, dann hätte er seinen Eigenbedarf an Nasenspray gedeckt. Weißt du? Ja, ja. Dann mach doch einen eigenen Nasenspray raus. Nee, nee, nee. Oh, ja. Eigenes Nasenspray. Aber jeder sagt mir immer, nutz es nicht über zwei, drei Tage. Ich habe damit nie ein Problem. Ich habe das auch nie verstanden. Ich finde Nasenspray wirklich unangenehm, ehrlich. Also wenn ich krank bin, spritze ich mir rein und wenn es weg ist, dann ist es bei mir von heute auf morgen weg. Männer, danke für das Gespräch und wir sehen uns schon nochmal wieder irgendwann montags hier. Hoffentlich. Nächste Woche sind wir nicht da, aber dann wird er auch nicht. Ja, ich bin auch nicht da, weil wir spielen am Montag. Na super, danke nochmal für das Geschenk. Überragend, danke. Alles gut, gerne. War ich immer zu schätzen, sowas bei Geschenken und ist nicht immer normal und selbstverständlich. Danke, danke, danke. Das Geschenk kommt nur von Marcel, damit habe ich nichts zu tun. Doch, du auch. Nein, nein. Du bist mit dem Team. Wer hier im Raum ist, der hat immer was zu tun. Ja, okay. Dann, dann. Genau. Gerne geschehen. Danke. Dankeschön. Mach's auch gleich schon ab, oder? Ja, ich fahre gleich nach Stuttgart. Ciao. Ha, 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 ha. Okay, ganzes. Nicht normal, ja. Ha, ha, ha. 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 Dieses Unangenehme auch witzig, wisst ihr? So man merkt, okay, man ist irgendwie, man ist auch nicht auf einer Wellenlänge oder man ist auch mit Absicht nicht auf einer Wellenlänge. Das finde ich gut. Für manche vielleicht auch ein bisschen unangenehm zu schauen, aber ich bin da am Start. Ich gehe da immer durch. Ich wäre auch, das ganze Gespräch, mich juckt es auch gar nicht, hätte ich auch gerne auf dem Stuhl verbracht. Weißt du, einfach nur außen, als stiller Beobachter. Super Stream heute, war wirklich lange live, ne? Ihr habt euch so gut unterhalten, Digga. Ihr habt euch so gut unterhalten, ich habe, oh, geiles, Groove. Und dann sagt Dicki, was ist mit euren Preisen los? Nein, ich habe, nein, ich, guck mal, das war doch ein gutes Gespräch und er hat ja auch recht und danach habe ich voll, ja, ja, weißt du? So, Chat, ich würde lieben gerne noch für euch den Rückweg streamen und würde es auch machen, aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, von meinen drei Internetanbietern, die ich in meinem Handy habe, funktionieren zwei nicht. O2 und Vodafone sind down, haben deutschlandweit Störungen und decken nicht die Funklöcher, die wir haben, wenn Telekom nicht läuft. Und aus dem Grund, tut es mir leid, werde ich jetzt, auch wenn wir jetzt schon natürlich neun Stunden live sind oder whatever, werde ich den Rückweg nicht streamen, weil es nervt halt einfach. Ich weiß nicht, ich fahre jetzt alleine. Das heißt, ich sehe auch nicht im Chat, wann ist das Internet weg, wann ist es nicht weg, wann kann ich reden, wann kann ich nicht reden. Das ist einfach Kacke. Das tut mir leid, aber diesen Krampf muss ich mir jetzt nicht geben. Das tut mir wirklich leid. Das muss mir nicht leid tun. Chat, war ein kranker Stream, was will man noch mehr? So, warum jetzt den Streaming versauen lassen? War geil, war ein geiles Stream. Besser geht es doch gar nicht. Auch jetzt noch, was hier alles passiert ist, Spiel gewonnen, geile Gäste, geile Gespräche hattest du. Besser geht es nicht, Chat. Da kann man nur noch sagen, ey, danke für den Stream und komm gut zu Hause an. Schreib, mach Story, wenn du zu Hause bist. Digi, wir haben wirklich schöne neun Stunden gestreamt. Und wir sagen unsererseits, wieder schauen, reingehauen, bleib gesund und munter. Danke für den geisteskranken neun Stunden Stream. Ich poste noch eine Story, wenn ich zu Hause bin, dass ihr wisst, ich bin sicher zu Hause angekommen. Okay, das wird aber erst zwischen eins und halb zwei sein, je nachdem, wie der Verkehr ist. Ich muss auch noch an die Tanke tanken und Öl nachfüllen. Much love in den Chat. Ein dickes Montel in den Chat. Ein dickes Montel für Sascha, der heute den ganzen Tag Einer hat noch gefreut, wie ich nach Hause komme mit Poldi nachher. Im Kofferraum. In dem Sinne, much love, Montel in den Chat, Kuss auf die Nuss, bleib gesund und munter. Mach da auch, lass Liebe dafür. Wieder schauen, reingehauen. Kuss, 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 kuss. Ciao, ciao.